sie werde auch 1200 in hielten da kann ich Schmal, my skin, äh, mein Schirmkopf. Du oder Trio? Wo? Sonst kriegen wir ihr schon den Mungor im Raum. Einmal den Mungor rein. Ey Junge, verrückt der Mungor. Ich mach immer den Gag mit einem engen Schäffel hin in Jinjas. Dann zitiere ich immer den Text von New Kids Turbo. Soll ich die Rote sicher gehen? Ich hab keine Angst vor euch. Hört ihr mich? Ich heiße den Champion. Ja, 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 ja. Alles beim Glash. Wir wollen Kurel. Ich kann's freuen. Wir wollen in der drüben London. Wir wollen in der drüben London. Immer der selbe. Oh, wir kriegen Besuch. Ich hab nie Bock, dass sie fliehen können. Hast du gesehen? Ja. Du bist aber eh noch lang. Das sind drei Teams, weil wir fliehen. Ähm, fuck. Hi. Ich hab gesehen den Schluck hin. Direkt mal Waffe zu holen. Okay. Einer ist neben mir gelandet. Quack, er ist schon eh. Ich komm beide. Ich hab schon Waffe. Ich schlafe einen Arme ich duels. Nein, nein, nein! Ich kommm, Mann! Ich hab schon den Rady. Ich hab seine Waffe, ich hab keine Waffe. Ich hab seine Waffe, ich hab seine Waffe, ich hab seine Waffe, ich hab seine Waffe. Ich hab seinen Waffe, ich hab seine Waffe. Wo ist denn? Ich habe den Schild eines Hauptträgers geknackt. Was ne? Ne, ja, 100, 100. Gut. Warte, fahrne mir nähen. Das hat schon eine fatte Schild dabei. Oh, ist er dann Flatline dabei. Gut. Wo ist er schon gut der Loot? Der ist nicht cool vom. Ich lass mich stimmen. So, was bin ich auch hier dran? Ist er denn? Willst du hier mal wegflachst? Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Ich hab deine Wunde, warte, warte! Ich muss nach der anderen Gebäude gucken, das wird um weh. Ach, da ist Rüstung. Wir sind im Lande am Fluch. Gesund hier? Ja, schau, schau. Ach, okay. Gehäustig? Dingerkondition. So. Sehr schön, nochmal Rüstung. Äh. Wisch. Wisch. Bestrahlt? Ach, ich weiß, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer warst du? Ich hab da Lut. Oh mein Gott, guck, nicht als Mut für Schild gehen. Mhm, das ist eine Luterie und du kannst dich gut sagen, kein bei dir. Fick dich gut hin. Schönes Knallschall, Lebermatt. Äh. 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 Ich weiß nicht, deinem objektcyjculo ist. Wirken hast ruhig anfangen. Ich habe hier argest rast Commen. Ich kenne mir einfach nie. Ich erzähle вам einfach, dass das eine vollkaufELte ist. Ich habe hier Crown Scoop bar. Ein Waren, doch. das machen profi spieler und die schläfen alles ist er bei dir ich bin auch nicht Nicht zufrieden, auf der Ziel, hier! Es ist da oben, oder? Ja. Oh, sie sind stabil. So eine Sterne, sie sind da. Halt sie dir raus. Das ist gut. Ich habe mich schon ein bisschen Kangenhype, so ein bisschen, ja. Ja, Highground. Ich habe es fortgeflammt. Highground ist nicht immer gut gewesen. Wenn sie dich um Highground zu sehen. Also sehen wir uns. Ja. Ich habe keinen Granat von uns dabei. Nein. 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 Ach, scheiße. Oh, wenn ihn einfach schlau bleibt, dann ich treffen ihn direkt mit der Sniper, dann sind wir am Vierdeb. gut. Ohhhh. Mach nicht. Highlight, Moni und Doth. Wir sind ... eyesentigen Gestorben. Ganz los. Ganz los, probieren und köcheln. Oh, die hatte ja gut nicht. Und wir sind einfach mal bei, die kann ja halt mal kehrt. Ring ist in der Nähe. Eine Minute haben wir noch. Fast, da drüben ist ein Kehrpaket. Uh, ich mein, du war ja geh ich noch. So. Schon mal kehrt. Ich weiß nicht, ob das ja geh ich noch. Ja, das ist eh bei mir. Könnt's aus der Fünster, die Klanghauhe. Ai, 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 ai. Ich bin an. Okay. Oh. Hopp, 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 hopp. Nein. Wie hier. Was? Zehn Sekunden. Dort bist du besser dran. Aber ich könnte die Decke umhauen. Oh. Entschuldigung, wir waren gerade voll hier drin. Ich spiele Paypass. Uff. Ich spiele Squid Game. Uff. Auf Fortnite. Squid Game auf Fortnite. Ja. Wie eine neue Mac gefunden oder was? Ja, ja. Also ist wieder das Wichtige. Ah, okay, okay. Heile mich, heile mich, heile mich. Der Paket wird ausgeliefert. Neuer Killspitzenreiter. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Ah. Was, wie geht's eigentlich? Boah, Zonenkant, Zonenkant. Ja, sehr gut. Nu Cause, traf. T��� nos' mega show. Nein, 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 sterb, sterb, Sterb. Äh, nein, 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 krieg ich nicht hin, krieg ich nicht hin, krieg ich nicht hin, krieg ich nicht hin. Ey, 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 Ey! das es war so knapp ich komme zu einer was mit Pox ah schein 2 Sekunden einfach! Ah, mir hat die Option aufgepasst! Wow, mir ist alles gut geschlossen. Platz 5 einfach. Ah, ich hab die Scheiße. Ich auch. Äh, wir können kosten. Ja, die Fels hat da versucht sich rauszureden. Du warst ja richtig auf Beef aus, Marcel. Hm, hab ich das noch verlesen, was ich zum Schluss geschrieben hab? Äh, was hast du noch zum Schluss geerbt? Ja, vom Wegen, dass sie rüberkommt, als würde sie dich nachmachen, ja. Genau. Aber gar nicht. Oh nee, gar nicht. Nein, ich benutze Paracor. Digga, warum ist meine Ansicht verschoben? Was ist denn los? Nein, ich benutze Paracor. Was für ein Mädchen weg. Dann komm ich ja noch eh zu ihr in den Chat lang. Chat sollte dann auch noch schreiben. Sie sieht fast aus wie Kim. Ist ja auch so, ich bin ja nicht dumm. Ich bin doch nicht dumm. Zeit den Strom abzuschalten. Mal mach das rein. Doch ich bin bitte so ein bisschen zu schicken. Sie hätten das Gegner noch vernspielen, ist es aber nicht. Sie hätten das Gegner noch wirklich viel, ist es aber nicht. Sie denken auch manchmal, dass man einfach so wäre. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang gegen Alpträume gekämpft. 66 gegnern und der käme ist schon master wieder in der bubble ich glaube das ist gesetzt dass ich damals ein team ist mal mit uns hier unten zweites team sich auch hinten geil dieses mal kriegen wir ne scheiß waffe wo entlang? ne das war ein fehl, Entschuldigung ich bin dumm ich nehm sofort der pump gun mit weil der der mich jetzt hier abfacken kommt kriegt sofort rumpen sind richtig geil hier im spiel Materialien für alle naja uh ne Liederrüstung ich glaube da biefen sie schon ein paar führere schüsse könnte ich gerne biefen da 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 dat da das war aber schluss aah ok dieses mal Sona wir sind direkt bei der zone kann ich mir vielleicht hier was machen ohne sofort den arsch aufgerissen zu bekommen komm schnell 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 der schimpfchen erledigt wen wollte ich einfach scherfstumpe stress 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 die stressen alles easy ok hast du einen blauen Gucksack wenn du willst hab ich gefunden schon die ohne ist hier wir werden das liegt hier der Package sehr gut geht auch immer aber Marcel sie macht mich nicht ab die Idee der doch der doch einer im Sinne da taus nicht ein Kehrpaket ich meinte vorhin so ja am Anfang hat Marcel sie gebrocht aber mittlerweile Gegner hast du gesehen da drüben könnte es frisches Blut geben ja sie rennt in diese Richtung aber jetzt mag Marcel sie nicht mehr ja merkt man gar nicht was hm weil sie zuletzt ja ja ein bisschen sehr schön bisschen sozial bei mich noch ich denke wir gehen direkt nach oben ich gehe nicht dahin meine obs hat sich verstellt sie könnten jetzt reindüglich von links von uns ruhig aus hier sind noch kisten zu ja aber nicht oft und nicht gelootet oh tägliche kiste oder ich gehe in die andere richtung so oben geht es auch ab immer kreuz wenn wir oben bleiben haben wir high ground ja ich glaube nicht so gegner da unten ja die haben schon high gehabt oh nein oh gott jetzt fall ich runter nein ich fall mit ich fall einfach komplett runter gehen wir mal hier ins fahrrad shop gut dass es hier keinen fall schaden gibt gott sei dank du wärst tot grüne Muni das ist rot ich kenne auch die scheiß über geht's denn hier hin nein rot das ist rot ich bin auch nicht zufrieden ich bin auch nicht zufrieden vor uns ja der hat uns gesehen der nächste ring ist weit weg ich hab ihn gesehen ich auch nur kurz der hat uns den der hat uns den du er in der die beim 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 Das macht so aggressiv manchmal. Er kennt das nicht anders von hinten. Nicht mal gecheckt. Ich habe Schritte gehört, aber ich dachte jetzt nicht, dass wir hinter uns stehen. Das Problem ist, dass ich nämlich einen Schimpf hier geholt habe, was du nicht ersetzt. Wow, hast du etwas Gutes gezogen? Ja, ein legendärer Default. Geil. Geil. Ja, dann hör ich gleich nicht. Ja, ich sehe. 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 Der ist Crypto. So. Heute Morgen, heute Morgen hat Geils XO mein beste Freund, er hat auch gespielt, und er sagt in einem zwischen 50 mal ich hab eine mission für den pass wo ich zweimal crypto spielen so jetzt zeigt sie die karabiner haken so mit einem scherm spielen den ich nicht mal freigeschaltet wo wollen wir hin wieder in die babel wir wollen Hauz sind nicht ausgerüstet. Hauz sind nämlich zwei Monster drin. Ich denke, das kommt dann einfach ein Team. Komm mal hin. Das ist gerüstet. Ich habe jemandem den ersten Treffer verpasst. Geh da hoch. Jetzt habe ich hier sechs Waffen. Nehme ich nicht mit. Und das ist wieder ohne. Runde 1. Starke Ring Countdown. Ein langer Marsch zum nächsten Ring. Ich höre später. Oh, damit kannst du fahren. Wie ein Kumpel. Das können du falsch. Der Ring ist weit weg. 45 Sekunden. Nö, ich bin gar nicht auf. Jetzt werde ich sofort geschossen. Da schießt schon jemand auf mich. Aber er trifft nicht. Wo? Von da hinten. Dann haben wir noch kein Schild. Dann haben wir noch kein Schild. Dann haben wir noch kein Schild. Mann! Der Diener Schild! Bepo, ich kann mich retten. Kommen. Ja, die kleinen Schilderler. Mein Dekoman. Ich stehe unter Bischos. Kärzpaket ist unterwegs. Ich habe keine leichte Munition mehr. Marcel, wie war dein Tag? Ja, du wolltest! Entspannend, du deiner. Warum stehe ich? Ah, der hat mich gekriegt. Mir ist noch Geld. Was hat er denn? Wo hat er dich? Hat er dich? Ja, ein Mist. Das ist natürlich nicht so schön. Nein! Ich wurde getroffen! Komm, du Rechelsatz! Das war die lila Dingen mal. Ja! Der wird dick! Der war mitgenommen. Ich habe seinen Kollegen mitgenommen. Was in die Hölle geschickt! Nee, nee. Diese kleine... Kleine Schlampe! Die Haare! Die Haare! Die Haare! Die Haare! Das war so schwer! Die Haare! Die Haare! Die Haare! Diese Hauptwälder wollen nur stärken. Ich halte meine Squad-Kameraden isoliert. Die mit großer Macht kommt... Ich? Und dann lacht sie. Oh, da sind sie ganz hart. Hier landen wir wieder. Der trockenen Schlucht. Gesundheit. Mit der trockenen Schlucht. Es ist die Frühe von der Schamme im Gaming-Room. Du hast wenigstens ein Fenster. Der trockenen ist einfach unschlagbar. Obam. Der Scheiß war mal über den Rippen. Der heutige Mängel müsste der Minis-Teil immer voller Pulle laufen bei PC. Okay. Gut geht. Der hält 450 Watt momentan. Du kannst den Mods. Was stirbt denn? Hat er das denn Nummer 1? Ganz bestimmt. Oh mein Gott. Echt jetzt? Hier wo allein? Willst du dich sofort mit dem Champion anlegen? Ja. Der kriegt den auf die Fresse. Oh mein Gott. Ehm. Super. Oh mein Gott. Oh Waffe, 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 Waffe. Entschüss. Nein. Wie, der hat mich schon. Komm her, komm her, komm her. Der müsste kein Schild mehr haben. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Habt euch was nicht in der Nähe. Waffe, 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 woher. Na. Also. Oh, das ist so nix, Mann, du süß. Ich habe einen Gegner ausgetattet. Ein notwendiges Übel für den Weg. Was auf den anderen, da suche ich noch, du. Ein Team-Mech. Ich hab dich nicht mehr gebrochen. Wir brauchen Gesundheit. Zehn Sekunden-Ring ist nah. Unter uns. Unter uns. Oder über uns. Unter uns. Unter uns. Unter uns. Unter uns. Unter uns. Er ist da rein gegangen. Er ist da rein gegangen. Wenn ihr sterben wollt, das ist euer Begräbnis. Schöpfte, ich brauche noch mal. So könnte. So. Opa. Ja, ich hab diesen Kay sehr genossen. Ah, hier ist die Waffe, die Abi meinte. Die wäre so gut. Die nutze ich nicht. Wie hieß das Ding? Welches Ding? Ah, die Waffe, wo er sagt, wo... Eine R301 und die Flatline. R301. Genau, mit der Flatline spiele ich sowieso. Und die R301 habe ich mir jetzt gemobbt. Ich guck jetzt, ob die wirklich so gut ist, wie er sagt. Hm. Die Champions sind ja eh gewöhnt, mit anderen Waffen zu spielen als wir. Champions, Gott sei Dank hat er das nicht gehört. Nicht gut für sein Ego. Da ist noch ein Waffe. Eine R301. Ja, ich komme an die. Ist schon. Oh. Lassen wir mal das Ding. Achtung. Der Cash-Bettenreiter wurde eben. Achtung. Der Cash-Bettenreiter wurde eben. Syp. Oh, mein... Gas gehen. Gas gehen. Synene. Das ist die mierda. In diese scheiß Sone, Mann! Sehr, 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 man. Wo ist die Gas gehen? Ich laufe, ich laufe, ich sterbe. In der Synene. Nee, ich sterbe nicht. F**k, ist kein Dingens da? Nee, wir kommen nicht dahin. Quaicin. Wer lebt denn ein anderes Spieler? Ey, ist das so dumm und schießt ab den von der Zona? Scheiße, sind da zwei direkt. Oh, du kleine Hubre! Das hat sich alles verschoben hier, das war alles kontaktiert. Scheiße! Warum auch immer? Fick dich, Lopa! Fick dich! Das Spiel ist echt nicht gut für mich. Das reicht doch. Du willst ja nicht hören. Penner! Hey, warte. Penner! Ich hab nicht benutet das Spiel. Kannst du das Licht anmachen? Wie sieht das an der Ding aus? Danke, weil dann sieht man mich besser im Zona. Danke zuerst. Klappe, ich bin niemandes Marionette. Putz den Penner. Mann! Scheiß, Drecks, verfickte Zone! 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 Zona! 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 Echt! Zona! 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 Und hier käme jetzt wieder Jumpmaster. Wir können zur Alpha Basis gehen. Wir sind Alphas. Landet aber niemand mit. Gott sei Dank. Ich lande dann rechts. Du findest alles, 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 aber keiner. R301. Vielleicht habe ich die nächste Chance damit zu schießen. Oh, hier sind welche. Ich komme direkt. Oh mein Gott, dein Ernst? Hey, was ist denn da los? Kenn ich dich ja gar nicht. Nee, das nervt mich, Alter. Du kannst nicht mal was machen, weil du einfach keine Leute in der Lobby hast, die gleich sind. Aber du hast sofort Diamantspieler oder sowas drin. Jetzt bin ich. Er hat mein Verhalten irgendwie ein bisschen nab. Das nervt mich, ein bisschen nab. Es nervt mich, ein bisschen nab. Er meckert schon. Diese dreckige Hurenfotze von Loban. Beppo fickt die. Nein. Ich habe nur einen. Luba. Luba ist ein Luba. Die Sache ist die, wir hätten viel mehr Chance, wenn wir eine Luba hätten, weil Luba diesen scheiß Schwarzmarkt halt hat. Wie viel kostet Luba? 12.000. Ach, da fehlt noch viel. Du kriegst pro Level, kriegst du ja 600. Jaja, das dauert noch, dauert noch sehr lange. Ja, du kannst die kaufen zu 750. Wenn mein Konto sagt für diesen Monat, nein. Aber am Dienstag ist wieder Kohle auf dem Konto. So, jetzt wird es anders in den Runden. Wenn du was kam, Flo. Jetzt spielen wir mit Luba. Jetzt wird anders hier. Ich habe die von meinen Punkten gekauft. Ich habe da jetzt kein Geld reingesteckt. Jaja, jaja. Ich möchte Luba halt machen. Einmal Kreditkarte. Zack. Boom. Ne, das ist jetzt nicht so gut. Zur Zeit. Shut up and take my money. I need Luba. Ich will die eh alle haben, weißt du? Ich will die alle haben. So genau. Wir müssen die Frauen immer auf ihren Nutten aussehen in dem Game. Luba hat anscheinend den geilsten Arsch. Sie ist schwachs. Das ist nochmal. Ich hab auch fette Arsch. Das sieht man schwarz und so. Hm? Sieht sie immer noch oder ist sie fertig mittlerweile? Ist die so? Hm. Hat sie die 10, wir sind endlich überschritten oder nicht? Ein. Oh, das ist ihr Macker, der die ganze Zeit im Chat ist. Der guckt dazu. Marcel. Marcel, was bist du so ne kleine Putze heute? Ja, die Alter regt er ja einfach nur auf, ey. Ja, kein Problem, aber ich wollte dir halt nur sagen, bist du heute ne kleine Putze. Ja, das wird nix. Neh mich als Kompliment. Das ist ein Scooby-Doo, was sie macht. Also es ist die Methode von einem Scooby-Doo, aber auf Paracord. Weil ich kenn diesen Scooby-Doo. Ich bin ja aus Rache gekommen, aber ich bleibe wegen der Scheiße. Ich hab das safe, ey. Jetzt werden hier Arsche verkloppt, man. So, was spiel ich jetzt? Ich spiel mit Apex. Komm rein. Komm, Marcel. Ich hab's wieder deinfarktiert. Das heißt, es dauert ne Woche, bis es installiert ist. Nein. 12 Minuten, glaub ich, das hat das letzte Mal gedauert. Ähm. Dann gehen wir zum Kern. Lande da drüben. Marcelo spielt dann sich selbst. Sache ist, wenn wir schnell gehen, dann geht meine Fähigkeit schnell. Und dann könnten wir schnell den Schwarzmarkt öffnen. Da ist ein Spieler, Anna. Ein Doppelspieler. 2. Wir gehen wie das eine Team. Wir landen bei denen und schlagen sie mit der Falt. Komm, wir landen hier. Wir bleiben jetzt zusammen. Ja. So, genau. Liegt mal Loot. Okay. Waffe. 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 muss es jetzt besser gehen er ist eine rucksack aber da ist ein Stück für zwei, hier ist eine Mast jetzt, die sind doch scheißen wir sind im Ring, das heißt gleich werden sie kommen oh da ist eine Hunde ich krieg mir doch mal eine Waffe irgendwo ich behalte jetzt mal die MP oh äh, Hult hat heute Mordfeld, der Ton aus mega praktisch, du kannst es schuld nämlich, Opo für wohnste Beschussgesse wenn du mich spielst, oder so, kannst du mit dem Boden setzen, kein Schuss vorbei, du kannst dich treffen in dem Moment Care-Paket wird ausgeliefert Care-Paket im Landeanflug Warte, 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 warte 100 Oh, oh, warte, 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 warte Ja Ja Oh Yes Erst Schotteln, dann schief Jetzt können wir alles gucken, was wir wollen Ja Eeeh Ohne abgeknallt zu werden, wir haben eine Fnitlein Was ist der Därkling an uns, ist wohl gut zu sitzen Eher, äh, in and Russisch, meine In and Russisch, okay, ja Und zwar ist der Ollis dead for the location night Ehm, Muni werden, äh, Muni ist gut Jetzt wird, mitmachen, gut Ich bin die Mannschaft Und dann wird, mitmachen, gut Und dann wird, mitmachen, gut Es geht, soweit, soweit, ich bin die Trenaten Was praktisch ist bei der MP? Du kannst zwei verschiedene Munizierungsarten machen. Ja, hatte ich nicht gesehen. Aber jetzt habe ich auch noch richtig praktisch. Da muss man immer wieder hier rannen. Schusssnipe an MP. Okay, wir sind da rum. Da könnte man probieren, halt bei... Du, ob die Anna sagt, und da sind wir noch immer rum von der Sohn. Wir sind auch noch da. Sulu und der Stab einfach hier schon vom Stuhl, ey. Könnte den hier schon von zureck bei dich, oder? Ich weiß es gerade nicht. Das weiß ich nicht. Wer kommt schon mit Rupp? Könnte den ja nicht überall Rupp. Du könntest nicht überall Rupp. Ah! Ah! Halt sie noch zu und köchst dann. Deswegen, das haben wir gut, mein Stab und mein Motto, oder? Ich losse meinen von der Stuhl. Beste. Ah! Sorry. Die Hälfte des Korps ist schon erledigt. Aber du machst das nicht. Du könntest etwas. Oder wo ist du gerade noch runter? Ich bin der Flaner. Ich bin der. 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 Ich bin der direkt geboosht, Leute. Nein, du. Ich bin der. Ja. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. panzei. und meine includes müde. Ich habe den. Ich hab den. Sie hat den. Den. Und mit weißer schild. Es ist der. Ich habe keine. детей. Ich habe keine. Ich habe keinen. Mann ist nichts. Jetzt. Ich habe keinen. Ich habe nichts. Die. Ich habe. Ich habe nichts. Sehe dein. Was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Ja, f***, hätte das die Türkein geschehen, wenn die niedergeschossen wird. Ich hab gesehen, dass die f***ing kommen wird. Wir sind schon gewohnt, also wir kriegen das hin. Wir kriegen das auch hin. Die Champion ist von mir in der Kuh. Ja, der muss ja noch ein Champion-Sport. Neues Kapitel freigeschaltet. Ich hab noch immer hier die Nachricht von gestern von Commander Shadow. Hi Beppo, mein Name ist Christian und ich bin Trainer bei Influenza. Auf Wiedersehen. 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 Sonst würde ich noch rumschreien. Was gibt es hier? Bist du auch mal allein, du Böder? Ich gebe eine Anzeige. Ich rufe jetzt die Polizei. Du hast das nicht mitbekommen. Aber nichts mehr. Nick, der wohns halt 20 Minuten weg von der Familie Ritter. Und der hat halt denselben Akzent. Ist das aus Sachsen oder nicht? Ja, das ist bei ihm deine Gegend. Ist das aus Sachsen? Ja, ja. Ja, er ist aus Sachsen. Und er hat die ganze Zeit das nachgemacht, aber wirklich stimmig gesehen. 10 von 10. Was ist mit meinen Fische? Was ist mit meinen Fische? Was ist mit meinen Fische? Der Fische in der Teich. Nicht meine Fische. Ich habe mich so kaputt geladen. Ich lande in der Mitte. Was ist mit meinen Fische? Ich glaube, keiner ist mit uns gelandet. Ich gehe jetzt noch ein Stück. Dann können wir unterwegs gut absahnen. Ich habe jemanden, den ihr es heute ververhalten. Ja, du Juss! Mit meinen Fische. Guck mal, ich darf immer noch lachen. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2 Habe ich auch gefunden. Ok. Dann nicht. 45 Sekunden bis der Ring sich schließt. Der fehlt ja auch einen. Hier ist der Rucksack. Ich hab schon meine Fische. Er hat mir das gestern noch geschrieben. Meine Fische. Meine Fische. So, da bin ich wieder. Warst du weg? Nein, ich bin live, Kim. So, Entschuldigung. Ich bin aber meine Fische. Es ist ja die R301 hier. Ja. Okay, dann hab ich sie. Das ist euer Begräbnis. So, ich bin mal gespannt wer hier alles rein trötet quasi. Niemand. Kim. Ähm. Ich bin meine Fischer. Fischer Spritz. Fischer Fritze. Fischer Fritze. Frische Fische. Fischer Fritsche. Fischer Fritze. 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 Ich kann dir was schwarzes durchschlecken. Black Hawk Down, Black Hawk Down. Attention, Attention. Ich spendiere ein paar zusätzliche Kugeln, nur für dich. Kim, du hältst die Kamera. Weasley, wie geht's dir? Ich möchte Aktivität sehen, Kim. Weasley, ich habe sofort eine Frage. Ich bin jetzt Loba. Wenn ich jetzt diesen Stock nicht mitnehmen würde, habe ich dann meine Fähigkeit verloren fürs ganze Spiel? Muss ich dieses Stöckchen immer mitnehmen? Das Stöckchen. Das Stöckchen. Wie willst du das sagen? Kevin, bist du im Schädel? Ich habe noch gar nichts gehört von dir. Was ist denn da los? Was? Äh, andere Seite. Wir müssen hier an der Wand vorbei. Weil sonst wird's knapp. Kenn ich dich ja gar nicht, Kevin. Ich muss nur auf Wiesens unterstützen. Sonst wenn du reinkommst, äh, sag mal, ne? Äh, schnell, schnell! Ich weiß ja, wenn du kein Waffe an der Hand tust, passest du mich schnell in der W. Was ist denn das eigentlich für ein komisches Lied hier, ey? Was ist denn das überhaupt von der Playlist? Was? Von wem? Der hier in meinem Stream läuft. In deinem Stream? Ja, das kenn ich ja gar nicht. Äh, die wurden mir auch nicht angezeigt hier. Weil die in ihrem Stream ist dieselbe wie meine. Uff, was für ein Zufall. Anno, man. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Äh, hier sind Gegner. Ich höre, welche laufen. Ich glaube, die kommen von da. Wir sollten da drüben nachsehen. Ja, ja, die fallen da gerade auf. Ja. Ah, ich glaub, das ist... Einer liegt im Wasser. Oh, Insider wissen hier von Wiesel. Oh, da war ein Scannen. Oh mein Gott! Ich stehe unter Wiesel. Ich hab den Penner nicht gesehen. Der nächste. Der nächste. Der Schilder hat geflogen. Komm, komm, komm. Ah Mann! Nein, der hat mich! Scheiß, Medlilas Schild. Vergiss es. Ja, genau. Aber, die 301 ist richtig präzise. Also, die ist geil. Na? Die ist richtig geil. Das war ein geiler Tipp. Hallo Pink, Fluffy, Miser Korn. In Wahrheit haben die Menschen die Drachen ausgelischt, weil sie keine Lust mehr hatten, von tonnenschweren Drachenschiss erschwank zu werden. Ich hab ja vorhin, ähm, Abends... was die beste Waffe ist. Das, äh, ja. Wie kommt man auf sowas? Oh, ich hab ne Kiste! Was krieg ich denn in der Kiste? Ich hab ne... Ich hab ne... In meine Fische! Was sind denn meine Fische? Das konnten wir aufs andere... Ein ekelger Skin. Ich mach ihn bitte auf euch kein Skin auf der Waffe. Ja, wie mach ich das? Warte, 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 wie mach ich das, um da Titi viel davor zu schreiben? Wie viel Geld da halt nicht? Kann man da Text davor machen? Yo, Dylan, wie geht das? Kann man Klantext irgendwo davor machen? Sorry, ich hab nicht gesehen, dass es mal herangeschrieben ist. Ja, Leute da drauf, hätt mich mega fun. Ja, Dylan, du musst mit uns sprechen. Ja, also jeder sagt mir, dass eine andere Waffe ist besser, weißt du? Ich muss noch ein Levelaufstieg machen, dann kann ich meinen Spezialisten kaufen. Nee, persönlich gespielt. Der Geist, der was rausgekommen ist, genauso wie, äh, wie die andere. Was willst du da noch hin, Kim? Ich will ja, du kannst da einen Tag machen für, weißt du? Das findest aber nicht du an den Ausstellungen. Ich gucke gar nicht überall, ich hab noch heute schon bei dir eine Menge Legande geguckt. Du kannst ja bei, äh, äh, warte manh, ähm, ich mag nicht das, ähh, äh, äh, bei loadout mehr. Im englischen Zett. Weil du kannst alles ausstellen, nämlich. Du kannst ja auch die Übergang und äh... Ja, Diamant ist ja der Text, was du kannst sehen. Was hat der Text denn? Ah, ja. Oder du musst ein Club machen, weil dann kriegst du vielleicht den Club den ganzen. Zer jö. Kannst auch nicht einfach den TTV angehen, jetzt bin ich schon dick für heute die TTV. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Komm, wir machen eine Club mehr. Nenn dich die zipp und klatschen. Die Namen sind sehr gut, guck, Tittittivi, 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 komm wir mal an, da ist ein Asianer Babbel. Ja, wie nennen wir es dann? Tittittivi. Tittittivi. Klubname, also der Klub zeigt man so einfach mal Tittittivi, 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 Tittittivi. Das wird auch also sein Klub nehmen, ne. Nur die Hartern kommen in den Garten. Oosa, nein, ne, wieso mal? Das schiebe ich nicht. Nö, Preis, dass du erzählst du, hast du bei sie, den lord kommt. Jo, mei, also ne, ich wette da zwar nicht rein. Aber du kannst ja nicht zu dir beitreden, ne? Also man spricht. Sie muss eben auf. Hast du halt überhaupt etwas für den Klub zu machen und was sie gratis? Nö, das kratisch. Duo. Casuals. Beginner. Welcome. Mix. Required. Machinesinger. Will help you new players. Oh, Skibbles. Bei mir kann ich die Rehran. Aha, bochtest du jetzt? Hat hier ein Logo? Oh, wir können sogar ein Logo raus. Ich... Sondern durch Queen, Paul. Nee. Ich glaube, ich hab's rosa. Ich meine, der Dickchen rosa wird. Oh, Dick Allen. Guck mal, ne Blitz. Hör mal, Lightning McQueen. Lightning McQueen. Lightning McQueen. Das ist ja nicht nur Flasche. Na, guck mal, ne Rote. Lightning McQueen. Oh, das geht immer mit allen. Wir können kein Emblem holen. Nooo. Wieso können wir kein Emblem holen? Nein, nein. Wir brauchen nochmal Klucken. Luxus. Luxemburg. 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 Made in Luxemburg. Ja, come on, ohne Scheiss. Made... Kann ich nicht schreiben? Was ist das Problem? In... Nooo. Nooo. Geht mit um am G. Du musst einfach Made in Luxe. Made in Luxe. So. Also kann man dann E-Hand runtergesetzt. Das ist nicht fanziner. Ja. Ja. Kann man dann irgendwie so cooles In-Lab-Sendung machen? Nee, der geht doch nicht. X. Nee, der geht doch nicht. Made in Luxe. T-T-T-T-B. Die Stelle ein. Made in Luxe. Die sind ein verlober Besitzer, Mann. Ähm. Was soll nun? Was soll man checken? Ich gucke gar nicht. Ich gucke gar nicht, wie der geht. Mitglieder verwalten. Hm. Oder ich meine, ich meine, ich muss da ein UFO machen. Neue Mitglieder suchen. Ahoi. Ba... Guck mal, du ne geschrieben noch nicht. Was versteht? Widuten. Dau dran. Damit wird gesagt, dass die so aus dem Vorfall einhörert gehen können. Ich habe diesen Fl aka ir praxisabel geben. Oh Mann! Du weißt ja, laufen 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 lassen. Mal laufen eins ab. �bold die bis zum varianceabel ist gekürt. Oh Mann, das ist ja cleaning jemand nicht. Okay. Upgrade. X. Marcel? Oh, Marcel ist nicht da. Ja, wenn Dylan dann zockt, nehmen wir den auch dazu. Ja, der Dylan! Okay, wir müssen jetzt auch noch bekommen haben. Okay, der ist dabei. Haben wir jetzt automatisch diese Tags denn? Ja, guck, wir haben die Tags! Ja! Wenn wir sonst keine anderen Probleme haben. Versuche jetzt das Episodenregister. Ja, ich hätte das auch schon nennen. Ey, wo ist mein Spiel? So dann! Jetzt gewinnen wir mit unserem neuen Titel. Weil jetzt, jetzt will sie Leute suchen, die in Discord kommen, um mit ihr zu quatschen. Dieser Stream wird heute auspräsentiert von Monster. Also Monster, ich möchte gerne einen Kühlschrank haben. Ich möchte einen von Red Bull haben, bitte. Mir ist es egal, Red Bull oder Monster. Wer... Es ist, ist mir egal. Ich möchte nur profitieren! Sag's, Kind! Oh, schon wieder! Ja! Ähm... Wo gehen wir? Wir gehen zur Ersatz-Otmo. Oh! Landet da drüben! Ich will endlich Blut vergessen! Ich hab hier voll die Fragen am Mainstream gestellt. Ich bin voll ignoriert worden. Danke, Weasel! Danke! Oh, ich bin voll weit bis dahin. Oh, ist voll weit bis dahin. Warum Weasel hast einfach geschrieben? Sehr gut! Äh, ich hab... Die Sache ist die... Fun-Facts... Sehr gut... Und nicht gut... Sind extra für Weasel in meinen Stream programmiert worden. Weil das kommt von ihm und von Axel. Fehlt nur noch was für eine Parade. Ich glaube, wir bekommen ein Team bei uns. Ich glaube, wir kommen nicht mehr bis dahin. Ach... Etwas höher... Etwas höher... Oder wir landen hier unten direkt. Ich gehe rechts. Oh, da sind Fälsche! Da sind Fälsche! Ich hab sie schon gesehen. Ach so... Ich nehme Waffe. Nein... Ah, was ist das? Okay... Ob das eine Waffe ist, die mir was bringt? Nein, der... Läuft mir hinterher. Stehe unten und schluss! Oh mein Gott! Ich hab's gesehen. Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Easy! Also... Ich krieg mir jetzt ein eigenes Sehrgut. Wir haben Knopf den Boden berührt. Sehr gut! Kriegeln wir Punkte für das? Ja, natürlich. Kriegeln wir 290 Punkte. Warte, Kevin kommt noch mit. Kevin kommt um? Kevin ist... Es spielt Apex, aber alleine. Wieso? Weil er ein Assi ist. Er geht noch rauchen. Da warte, da geh ich auch einer rauchen schnell. Millie kommen. Vielen Dank. 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 Ja, ich will dich nicht mehr hören. Du hast jetzt meine Gefühle verletzt. Ich bin ganz alleine. Sie sind alle weg. Du redest hier über Hühner. Du redest hier über Hühner. Ich lach immer dreckig. Tut mir leid. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Avi sagt es auch ständig. Ja. 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 So, ich bin wieder da. Ja, ich muss deine Tür ölen. Nee, das finde ich auch Tante, wenn sie quietschen. Oh ja. Wie kann ich hier noch mit dem Spiel stunden? Ich finde es ganz einfach, du trägst R3 und gehst dann auf meinen Namen. Normalerweise. Okay. Ich habe mich nicht mehr geholfen, ich habe mich nicht mehr geholfen. Aber right Gold passt perfekt zu einem Diamanten wie mir. Sie halten das Leben auf der Schwierigkeit. Die Vorwärts will nehmen uns den Sieg. Kevin, du hast unseren Tag jetzt nicht. Das ist euer Champion. Ja, Feyeno hat eh das hier ist jetzt. Fack dich. Oh nein, Kevin ist Jumpmaster. Ich bin Jumpmaster. Seit wo? Wollen wir hin? Bionomie. Da drüben. Wie ist das, wenn du Lobbys mit mir wohnst? Diese Lobbys werden uns nicht. Sie werden uns vergewaltigen jetzt. Konzentriert euch auf den Preis. Ich weiß nicht wann du denen schießt. Mit unserem Glück treffen wir sie als erstes. Ich meine du bist zu früh rausgesprungen. Oder wir gehen hier vorne hin. Ja, ja. Da drüben könnte es frisches Blut geben. Fisch gehen Hornen. Mein Gott, du hast ja vorhin mal vor mir gelandet. Ich hab's nicht gecheckt. Hallo. 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 Ich komm direkt bei dich. Ja, du lebt schon mit. Wecker. Schönen? Ich bin wirklich geschossen. Ich lege Schild auf. Ringe ist in der Nähe. Eine Minute haben wir noch. Dann streiten wir ein Massaker. Hast du das gespürt? Erster Treffen. Ringe ist in der Nähe. 45 Sekunden. das sind zwei stück ja ich nähere mich vorsichtig die lachen 10 sekunden der ring ist in der nähe die in schlisten und herrschen wir da sind wir schluss der ring schließt sie und wir sind nicht drin wenn ihr sterben wollt lasst die steuer begriffen Zwei Stück links. Links von Gräuhausen. Überleb' neun wieder. Da gehst du. Du hast aber noch einen. Du, du, du! Zwei Stück links. Ich liebe dieses Geräusch. Lade meine Schilder auf. Wo ist dahin? Wo ist dahin? Zersron. Zersron? Ich habe einen Feindlichen an Scotty erledigt. Wo ist er da? Ich bin draußen. Ich bin draußen. Tschönen. Ich war mal ein gutes Schildschild. Oh, ne Spitfire. Das gibt es noch hier. Oh shit, holl. Äh. Geh. Hast du geholt Kaffee? Aber das werde ich gerade abgemacht. Äh, nein. Das hast du Loot sehen, ich wollen und so leid. Auf der Sechner Platz. Fein. Dass mein Fisch geht. Neue Kehlspitzenreiter bestimmt. Neue Kehlspitzenreiter? Interessant. Fertig? Ist er fertig? Ja. Okay. Ähm. Wir müssten alles noch zu unten bewischen. In die Zone. Die Zone. No. Wir müssen uns ja. 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 Warte, was ist denn ihr denn gecheckt, dass die einen Disco los ist? Nein, nein. Na, es ist nicht der Scheuß. Oho. Wie leid? Ja, das ist der Ding, das sie wissen. Das nehme ich. A-K-Wel, du kannst den Mund bringen. Die Krisch, wo warst du? Hier. Was sind sie denn? Wo warst du gegangen? War schon Kilometer weiter gegangen. Ja. Aber die sind drauf gesprungen, oder? Naja... Wollt die Küste, wenn sie so mal die kann. Ja, die Küste. Du, wo ich mal kenne? Die Rote. Ey. Wir sind da. Da drüben ist jemand. Fein, da drüben! Ah, du bist schon zu gut, okay. So. Das nehmen wir ihn. Nee, zwei. Ich zene in der Kiste. Da, vier! Was ist da? We sind zu zweie. Okay, die fehlen drüben. Das ist spät, nur so. Du kommst auf, drüben. Wir sind hier. Das ist von mir, how you have been? Schönen! Schönen! Lade Schilder auf! Ich meine, die Bühne ist wirklich schon gecheckt, das nachzusehen am Denken kommt. Heile! Lade Schilder auf! Wer da guckt an der Küste? Gebt mir Deckung, ich benutze ein Phoenix-Kiss! Sei meine Wild-Auswege, ich heile! So. Das ist ja auch gut. Das ist doch auch gut. Wurzschilder auf mir, Schilder. Ja. Was da drüben los ist. Ah, Schilder. Ah ne, der Denkenswund ist schon ein Muff. Ich weiß jetzt immer von der Sohn. Oh, ich weiß sie richtig, Schilder. Wir können halt Bohnen holen. Genug, wir werden holen und Bohnen. Jungs von Bohnen holen. Es war doch nicht so unglaublich. Wie auch immer. Wo waren die Kinder in den ganzen letzten Wochen? Oh ich weiß es. Ich weiß es nicht so, was die Kinder ist. Ich hab mich gesetzt. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich weiß nicht so, wie die Kinder schrägten. Ja, ich bzw. Kinder ist nicht so. Ja. Ja. Geht doch los! Ja, wir sind allein. Ich will selbst was cooles geben, ob wir vorgehen. Ja, nackt weiter. Er ist ja bald bei der Zone. Ich kann eigentlich den Marsch ja auch mal. Schöre Schuss? Ja. Ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's. Ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's. Ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's. Ich krieg's, ich krieg's. Wie viel kann er, wie viel, wie viel, wie viel wird das nöt für alles einsetzt gucken, ne? Wir müssen weiter, wir müssen weiter, zuhören könnt. Oh, zuhören, zuhören. Oh Gott. Schnell. Du hast die Lurie abgefallen, Maggi. Heile. Schnell, du hast die Lurie gehalten. Noch ein Moment, aber... Komm mal. Oh Gott. Ich kann noch ein Heu weiter. Heile. Noch eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. So. Ist hier ganz nope, Alter. So und sowieso. Alles gut. Der Ring ist in der Nähe. 45 Sekunden. Das ist ein mega stark. Genau. Feier-Squats. Wir haben 30 Sekunden, um den nächsten Ring zu erreichen. Ich trage dich nicht, wenn du schlapp machst. Weiter. Wir können Heu-Landstein entlang wieder morgen. Also ob du auch umdrehen kannst. Wir sollten da drüben nachsehen. Wir haben 10 Sekunden. Ich sag's ja nur ungern, aber das war's mit dem Plündern. Wir sind alle außerhalb des Liks. Wenn ihr tot seid, könnt ihr niemanden. Passt an. Wir haben einen. Werde mich aus. Ich bin nicht richtig müde. Was kann ich mir nicht mehr? Ich brauche einen Moment um meine Schilde aufzuladen. Ich brauche einen Moment um meine Schilde aufzuladen. Puls auf die Kommeloup. Ich brauche ein Schilde. Ich stehe unterид und schulde. Ich bin nehm. Und er nehm. Und er nehm. Ich habe mir das Wollern, ob sie. Wir freuen uns auf den Feueren. Oah zeig mir das Schilde. Komm her. Komm, ich höre mir! Fuck, ich bin ein Champion im Brust. Ich muss ein Schild benutzen, ich muss ein Schild benutzen. Nein, nein, nein! Ich bin nur zwei Midi-Kids. Moment, ich muss ein Schumpen. Oh, kick das! Oh, no. Brauche einen Moment, um meine Schilder aufzuhören. Sie schießen auf mich! Das ist ein Samt, das ist mega! Fuck! Ich habe meine Schilder, das geht festgeknackt. Ich bin nur Hohnen, ich bin nur Hohnen. Ich habe schon einen Spreier. republican, das geht alles in Kiez. Ja, das muss mal ein gut. Zwar nicht Geld, Hohnen Maurice. Ja, ich weiß. Uchtace! Oh, ich schwitze und denke es Okay, light 2 Ich hoffe, wir kommen auch noch in den Zweck Nein jetzt hat er gebetet Ja, ich hoffe, es ist noch in den Zweck, du faszinierig Reinsteck Ja, wir gehen in den Zweck Wir sind Zweck, geh man Puh, mein Unerwoll ist gut geschloren Leider hatte ich keine Schuld, meh. Habst du was raten, Jürgen? Jo. Ich meine, du war süß durch Zufalldrollen. Ui, feier Kills. Ich hab's geschafft. Nein, ich hab's geschafft. Nein, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Die Zeit fährt dir nicht in der Gierle Schein. Nein, ich lerne zu Wochen als komm. Was sind denn? Martin, warte Dank. Okay, ich gucke. Das lag nicht mehr ohne, ne? Du bist doch nicht schon schön. Du wünschst mir mal Apex. Boah, den Kack. Aber Apex kriegst du doch sehr den Cut in deiner Zeit. Bis an die alle Lobbyer kannst. Wom, wom. Ich hoffe, du machen uns schon an alle Lobbyern. Oh, Puta, Mann. Kriegst du Lobbyer, ich weiss mal nicht, wie sie gucken. So, einfach mal Level vorher holen oder nappen. Das ist noch nicht, ich stecke in West Light und die werden. Oh, mein Gott. Apex ist der größte. Kommt Tische spielen. Also Battle Royale, den wir wegschicken. Yassin wird ja wie blöd gezockt. Ja, Yassin ist schon nicht besucht. Das war ja die Zeit, ich war mega stark da dran. Mein Rekordkillst du war 17 oder so. Wiesel. Was war dein Rekord bei Apex? Dein Rekordkill. Warum so hoch, Mann? Wann, Mann, du läufst das. Ich meine, du gib mir ein bisschen. Oh, ich habe ihn als Jumpmaster. Wiss ich. Bapp, wohin? Wann? Wann du dort, wenn du weisst, was gut für dich ist? Kultivierung. Wann sie kultiviert? Nee, die Dinge aus von den Bappo Jumpmasters, die sind deren Öst, wo wir sprangen, und umgedreht. Ich bin letztendlich stört. Ich bin letztendlich stört. Das ist dick schön. So weit loset mal nicht. Wir gehen an Kultivierung. Ich bin letztendlich. Land ehemert. Oh, komm, C.O.D. komm. Ich komm direkt dran. Warte. Jo. Ich ging in der Randgill mit. Bei dir? Ich komme dann direkt bei dir. Nee, nee, ich laufe bei dir. Du bist doch bei mir. Hallo, ja. Du bist ein Rucksack. Du bist ein Rucksack. Stufe eins. Ich die Waffleine mit Mod-Gall. Ich habe ihn gesagt, der Weharm da. Ich will die Drecks-Waffgrüne. Ich bin hochgrüne. Ich nehme Scheiß. Ich bin hochgrüne. Oh mein Gott, vom Dach, vom Dach, vom Dach. Kommen. Vergiss das. Das ist dann immer leeren Schritt. Oh Gott. Moment, ich muss heilen. Ich bin hochgrüne. Ich bin hochgrüne. Ich bin hochgrüne. Ich bin hochgrüne. Ich habe den Schild eines Gegners geklackt. Ich bin hochgrüne. Ich bin hochgrüne. weil es noch gar nicht mal schuld auf zu werden. Zunehmen, bin nur nicht gekommen. Zauber einen feindlichen Anschluss. Ich habe einen Versuch. Meine Lieblingsbeute? Alles was mir gehört. Hab einen verloren. Hier mit einem Dämon, großartig. Kehrpaket im Landeanflug. Werde geschossen. Da ist wohl jemand hinter mir. Flucht ist keine Option. Was ist denn eine Ruhe oder nicht? Nein, nein, nein. Du bist ja nicht. Ja, du bist ja nicht. Haben wir noch einen? Ja. Du darfst mit allein pushen, Kaveh. Sie sind schrecklich. Sie sind so krank. Ich muss doch mit allein pushen. Ich habe gemeint, wenn alle die Ruhe sind. Nee, aber du sagst doch, wenn er sie nicht. Du kannst doch nicht allein pushen gehen. Du kannst doch nicht allein pushen gehen. Aber sogar selbst die Apex geht doch nicht. Nächstes Rund geht besser. Das ist einfach nicht allein pushen. Mit der Kugwasser. Mit der Kugwasser. Ah, das ist ja Rund do. Vertraut euren Sinnen. Dann wird der Sieg fallen. Ja, stimmt. Ich dachte, mach Selfestream auch um. Für dich hast du ja so alles gelutscht. Nein, gut. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Wir können auch direkt auf 4 gehen, aber wir können nicht wir können entweder im kultivierung oder mehr holen suchen wir uns was schönes suchen wir uns was schönes hat er da ist das sehen da musst du bei mir bleiben heute Partfeinder ist die Partfeinder was nicht aus dem Hachstein war bei Lobau 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 Scheiß Watsons genau Lobau Octane Partfeinder sind die Barsch dieser hier spielt Mats Sangem Asianen Skinverver Partfeinder bäst mich sehr erfrucht cocktail bäst mich sehr erfrucht Lobau ist der Hummer der Schwarzmacht dabei da ist die Not Ist die Not ist dieses rieber gerne bei mir auch man hat spieler so camping spot he is the pit man oh thank you for the raid they come, they come, they come yeah yeah, it was nice thank you, thank you you can see how we lose here and thank you for the follow nah fuck okay, let's have a crit pass up, links has react to you by the deer leave here two in the deer two in the deer two in the deer two in the deer and links there's no chance also, Andy, one buff that's good that's a Spitfire 300D in flatline that's a Spitfire for me my favorite Spitfire is bad but you are so precise that you have so much money but it was already better the best buff was the best buff was the alternator we were also on the 2nd small SMG it goes back oh that's even though it was good meh, die hatte so'n absatz, das war kriminell oh du dumme Fidopito man man, dafür musst du ja auch immer die Extended Max von den das sind die du hast ja dann von den Wind bei Call of Duty auf die knappischen zu direkt in der Nightweb zu treffen heuer's Apex aus 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 viel mehr aus viel mehr komplexer zu die ganze eine Liga aus ja das ist die ganze eine Liga das ist die Sache Apex war so geil Apex war so geil wo die rausgekommen war oh mein Gott guck, wann sie so leid hat sich FW geht er zum Joy Joy ist gut, schläft Die spielen kein Loch, die spielen alles. Ein Apex ist einfach viel mehr. Entschuldigung, ich schreibe dir vor. Oh mein Gott, man. Oh, jetzt sind überall Franzosen, der dumpf. Wir werden sehr gut miteinander auskommen. Aber Finger weg von meinen Sachen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Andy, was spielst du? Revenant? Ja. Oh mein Gott. Immer ein Monster dabei. Andy, wenn du bei Apex spielst, merkst du, dass du dick oft getört partiert hast. Wenn du gerade mal im Squad kamst, könnte ich ein dritter von der Seite. Ja. Das... Das... Ah, okay. Wo bist du geschnitten? Von Rodas spielst du gerade mit den 705, eh von den 705 gespeichert dabei. Sie drohen den ehem, der als Einzelchampion war. Der war rot. Ja. Ja, aber das war... Das war... Das war... Das war... Die war allein Predator. Die war allein Predator. Ja. Ja. Mo was auch... Mo was Platin, Mensch. Oder Diamant schießen. Ah, der ist ein Pass. Erster Treffer. Mir spielt guck hier rank. Der rank wird guck hier wert auf dem Spiel. Die Gitch ist zerfetzt. Erster Treffer. Na, da... Schon kein Wurf. Ich glaube, bei ihrem Unruf. Das ist ja eigentlich schon... Da ist das eine Elektronik. Ich kann rank... Mir kann rank, sowieso nicht auf Level... Feiert sich. Feiert sich, Schatz, ne? Feiert sich, Schatz, ne? Ja. Das war ziemlich... So rank... Das ist ganz einfach wenigstens. Murphyser, kann uns jetzt sicher so hälsch gemacht. Ach, Mann. Die ZO vielleicht wird Apex nicht schnell gemacht. Da könnte Papi malen. Na, ich bin nicht. So schau. De Papi malen, Mann. Du... Du hast noch nicht mit den ganz grossen Heugen gespielt. Warte mal bis der Weasel an den Exo-Hanker spielen, dann kommen die Amand-Spieler. Ja, weisst du, wenn sie... Da kann ich genauso gut Martina in den CD spielen, dann haben sie auch keine Chance. Weisst du. Sie lieben lange Apex spielen. Ja, die zwei spielen, Alter. Ich meine, Weasel spielt sie so gerade. Ja, man wird schlecht von Weasel helfen, oder? Weasel hat eine Arbeit. Von den anderen abonniert. Von den anderen abonniert. Von den Viren, die schwarzen. Ich höre Schuss. Das war das, das war das. 10 Sekunden bis der Ring sich schließt. Nichts was ihr braucht und dann nicht sie weg. Oh, ich gucke mir was tun. Ich gucke mir gerne, wie die abgeschmissen ist. Oh, ist wegfallen. Oh, ist wegfallen. Einmal im Crisp. Ja, aber ist auch gut, Kim. G7 ist nicht so gut. Ich bin nicht der Ring, also ist gleich. Ich bin nicht der Ring der Ring. Ich mach mal die Find-Off-Viewer auf 120. Der spielt ja alle gut noch auf 80. Du bist gut, nicht? Matja, ich habe gesehen. Ich bin ein Kind. Hier ist ein G7-Scout. Kim, geh mal an die Option. Ich liebe dieses Garage. Schlimmord, ich spiele. Bidenshift ist gut, Triple Take ist gut, Vold ist mega gut, Wingman ist mega gut, und P20 ist im Absatz. Abus. P20 ist im Absatz als Kriminell. Just saying. Ich spiele es an zwischendem Pferdschiri. Okay, wir sind nur bei der Zon. Soll mal, such das Schild, weil ich muss meinen Dingeren abholen. Okay, ganz ruhig. Dankeschön. Nee, 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 nee. Kavin ist schon sein Abgeholt. Ja, das ist schon hier. Okay, schwul. Das ist der Gang rein. Äh, seit wenig hast Spitfire gring, Moni. Boah, hat uns auch im Gehander und blöd. Nee, jetzt ist Spitfire aus Orange. Orang. Flatline ist gut. Das ist die Farbe, Bladen. Ah ja, stimmt. Speedfire, Speedfire. Die sage ich, Moni, mit Flatline. Ich schiehl. Spitfire hat Orange und Flatline. Ich schiehl. Das war mal umgedreht. Also, nee, jetzt war mal Flatline als Speedfire, sage ich. Ich kann überruhen. Natürlich, wie andere. Den Ding, dass ich da drunter kann. Das ist so blöd. Das ist aufgockt, nehm, als ich bin. Ich fäng mal, was da die Wand war. Ja, ich bin Königsschlote, doch. Der hat's gut geben, die Wand. Die zweite, die ist so. Was? Das ist nie weit am Sinne. für spät was willst du lieber? wir spielen texas, scheinster massaker ich schieße nicht mehr auf ziemlich schlau ist schrei ich spiel auch Apex und spielen an der lana, schon wie spielt blotthand, kevin? ja ich spiel luba kein ein voll of tein, deno ist besser voll of tein, deno ist besser oh, f**k voll of tein Wie chunky den, 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 blaht hound ist auch gut er musste sie kauf bestimmen genau und dann gewinnt das mal ist ja auch also schon als gesteck auf der europa und der plexus apex das wichtigste legende durch die sehr vorzieht von alle gins das ist sehr könnte verschwunden und loba ist noch okay wenn sie im rang ravenand ja ravenand das nicht gerade die schnellste ja wo hin und den jump ja walo sonst hast du nie den an eben dunsensperre ah der max die spielt auch apex den hype war groß von bmol rauskommst das wies ich noch das war krank oh mein gott leider sind schon mal ein malen account sind schleider sie ist bis ob diamant oder max ist doch nur die am anderen da war also da brauchst du schon nach dem anrufen war also der master an donken pratt mensch aber dass sie das lieber drüber Oh, Micha, du kannst es für mich schon mal. Dem Hund geht es besser, Micha. Das Fieber geht nicht runter. Oh, scheiße. Max, dann musst du im Robot Master kommen, ne? Du hast schon alleine mit gespielt, du willst. Max, gib mal drei Main, dann stimm ich neben dir. Ich muss auch oft spielen. Jetzt müssen wir rumfahren gehen, von den drei Euro. BK, hast du dein AVW geändert, oder Andy? Was? Dein AVW, Field of You. Ah, äh, doch, den höre ich gar nicht. Ah, okay, gut. Vorstart. Und den Optionen? Mein Ausdruck war so P122. Sichtfeld, genau da, okay, mach auf P122. Ja, ja, du musst richtig ganz erwähnen, Sichtfeld, SF. Ja, ja, geh da rüber und dann musst du draufklicken. 110 geht. 110, ich weiß nicht, wie viel du hast. Übernehmen. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay, okay, okay. Ah, ich weiß nicht, wie viel. Ja. Ah. Du lebst doch, du lebst doch nicht schnell, hörst du das Gefühl. Das tun. Ja, ich schau nicht, ob man fährt, so sorry. Nein, Ring schließt sich. Wir bleiben heute schön anzuschätzen, mit den anderen rum. Weil, sowieso warm, da müssen die von links hier herlaufen. Kommt ihr unten, okay, Max? Oh, da kommt ein Lob an den Maxing-Lobbyen, oder weh? Ja, ja. Wo kann dann nämlich so ein... Ah, du lebst ihn, glaube ich. Ja, sie lebst ihm den Maxing-Lobbyen. Ja, sie lebst ihm den Maxing-Lobbyen, ja. Max ist auch ein Maschin. Ja, ja. Wie soll das denn? Der Filch, der könnte mir rümmen. Ja, was? Ja, ich spiele da Sub-3 an 20%. Aber das Ding, 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 Ding. Ja, schieß man, ob du möchtest, geht einfach fort nicht. Du bist so früh. Du bist so freigelost. Mit der Filch, du möchtest ja nicht. Geht auch dann, mit Stung, dachte. Neuer Killspitzleiter. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Sobst du bleibst in der Kommune, in der Kommune. Ja. Die sind im Dienste. Es sind immer noch sechs Wurzeln. Ja, du wirst du nicht campen. Ich will ja auch nicht campen. Ich will ja keine Buche mehr. Du schaffst du. Wollt du kann nicht zum Kampf rein. Das ist nicht erlaubt. Ja, du kannst das nicht erlauben. Wollt lange her, was zur gleichsten Zeit waren. Ja, ich bin ja dann zu. Das wäre doch nicht cool. Wappen, der ist schon Champion gehen! Zwei Maler. Ja, ja. Beim Campen? Nee, nee. Taktisch spielen. Ja, ja. Sohn, warte, bist du leider aus dein Sohn gelaufen gekommen. Nee, nee. Mir geht Matta Sohn. Ja, ja. Dir guckt ganz heute aus dein Sohn, ob du dich in die Rogge gelaufen hättest. Ja, nee, du gehst nicht. Die Mattafuckern, die an der Sohn sitzen, an der Gelaufen kommen. Ja, der ging doch. Maja. Da hat sie noch mehr Drecksack gefunden. Was sind das dann noch gelaufen kommen, wo wir die Sohn verpasst tun? Weil Weasel ist so einer, glaube ich. Nee, an der Sohn, sie waren noch scheiß. Du war scheiß. Du war scheiß. Wir haben eine Minute, bis der Ring sich schmisst. Mit der Fulberstach Ach, nein, ich an dem Spiele da. Hast du das schon geahne? Du schiesst nicht. Wieso? Das ist ja noch mehr, noch mehr Abüßchen. Ich sitze nur schon, wie sie Panna mal in den Ackmann. Ah, wieso? Wieso brauchst du auch 360, Mann? Ich verscheu ab 1000 Pferdsch. Ah, ne? Hast du gesehen oder nicht? Hast du brüllt denn da? Mach schon noch brüllen. Hast du brüllt wie der Simone? Oh, ne, hallo. Wir haben noch feierstecken, oder? Schöner Wann. Dreiß kurz. Nee, da sind da sind... Nee, wie viel sind da noch? Sie feierst kurz, und mir ist die Zelle Jogdarbeit. Der Tisch ist jetzt noch dreiß kurz. Ich denke, Leute. Ich wüsste... Nee, das wüsst du ja nicht. Ich geb mal von den Leuten aus. Das ist ja sowieso Wichser Apex, das hier Fragezeichen dir die Nummer. Okay, aber wenn zwei viele Leute sind noch feierst kurz, dann sind sie noch voll. Ja, du Fragezeichen... Was ist bei der Ekelhaft denn aus? Wenn du tot bist, wenn du tot bist, dann, äh... Ich denke, das heißt, ich hab nicht mehr. Nein, ob man mir was verräumt, die anderen holt. Oh ja, oh ja. Wer ist fertig? Mein Axel, ich denke, ob du geräst, du mein, darüber. Ach, ich ne, hey, ja, mal. Zonenkranz. Einfach cool, bleib. Wir messen dann, ob da rum. Die Mama ist so dick scheiß, Mann. Was liefst? Mein Highground. Ich bin ja an der Zonen, der Brandzonen, nur mein Arsch. Nee, nee, nee. Wir sind an der Zonen. Ja, wir müssen mal in den Arsch. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Und ich bin's nicht. Ja, du, den war. Fulde 4. Starte Ring Countdown. Harald Kraber schon, die stark Sniper. Was, die war also gut? Das ist geil. Du kannst, äh, K1-Shot nennen, du Mother. Ich schau, guck, wie soll alles für die Noobs machen. So blöd. Du findest ihn aus der Olle, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Da drüben ist ein Gär-Paket. Das ist aber schön. Sollen wir nicht auf den Räger, von einem Räger hoch? Der Ring ist in der Nähe. Eine Minute haben wir noch. Reichlich Zeit für ein bisschen Spaß. Die Scheibe, ich werde den Mikro halten. Du? 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 Da drüben ist jemand. Weniger als eine Minute. Der Ring ist nicht weit weg. Und Janosch heiße von Heu entfüllt. Ich sehe jemanden da drüben. Machen wir dann. Ob Räger hoch oder damit? Ich kann, ob Räger hoch. Ich kann, ob Räger hoch. Komm hoch zu mir. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben uns nicht. Wir haben sie in der Nähe. Ich habe noch Wissenschlägen. Das ist kein Foul-Damage. Das ist kein Foul-Damage. Ich habe ja auch. Das ist ein Foul-Damage Oh Alster, ich rieche ihn direkt voran im Spiel. Zandek, gefert den High Ground! Okay, nehmen wir noch mehr gegen Sie aus. Ja. Halloween gesehen. So. Bitte so mal, dass er defundiert aus dem High-On-Hacken. Ja. Keine illegale Handlung. Du warst ein Crawler. Ich komme. Ich denke, du hast die Wappen nicht mehr, um die Nähe gewinnen zu spielen. In Untersuchung. Okay, du trimmst wie in den anderen und sagst du gesagt. Warte, 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 warte. Scheren Aktivitäten. Ich bleibe in der Heck. Sie sind gebonnen. Scheren Aktivitäten. Ja. Man nutzt ein Rang hinter die Schwächtigkeit, Töre und Enkel. Veranstalten wir ein Massaker. Da sind gebonnen. Ja. Im Haus. Oh, das ist richtig. Oh, ja. Bonne Chance. Oh, ja. So wie ist das, Mann. Das kann doch nicht. Oh, ja. Das ist gekackt. Oh. Ich muss mich sehen, also ich käme. Oh. Oh. Oh, er überlebt nachher, halt so schnell. Ich wollte da den Eisch, da müsste er alles bei ihm nehmen. Ich pack ihn sowieso nicht allein. 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 Sicher. Wir sind. Ach, komm. Klatsch dann. Easy. Nee, der Phoenix gibt ihn. Das hat ihn direkt belastet. Entschuldigung. Wir sind hier. Ah, shit. Und zwar von drei Seiten kommen, weil du bist ein dummer Mann. Bye, GG. Wir sind zurückgegangen. Wooh. Du Scheissdreck. Mann, ich wollte extra Ruppgang für den anderen ins neue Position zu gehen. Und sie auch direkt durch sich geflüchtet. Da hat ein Heu gehört. Sie haben wohl gar nicht viel Damage gemacht. Da hat dich Spaß da. Ach, I hate it. Ja. Ich mache noch sowieso noch. Good news. Ciao, Kevin. Ciao, Kevin. Also tschö mit ihr. Ciao. Mach es. Ich kann dich aufmachen. Okay, man. Wie geht es? Ich habe immer wieder gespe誣t. Giust du nichts gesagt? Ich habe immer wieder. Ja, ich muss mal gehen. Und wir haben immer noch gespeichert. Ähh, wart ähm, ähm 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 ähm. Ähh, ich bin überfordert. Möhn wärer Spray da! Ich bin überfordert! Watt muss ich ihm noch schickern? Gehen, also leidung. Ja, für nen Discord. Ähh, du, wenn du die Yo-D-App musst, musst du nicht auf den Server zu gehen, dann Dann einladen in den Server. Kaffst du da einen D-Lenny über egal wie eine Plattform? V-Break kaputte sein Mikrofon, Simul. Schnell. Andy? Nee. Da kann ich hin. Max ist schon da ein UFO geschneit. Wir sind auf Mingham Discord-Channel. Ja. Ein Ding geschenkt. Das ist Kevin und Ron. Kevin, geh raus. Was? Kevin. 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 Kroos. Kroos. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab' den Loupie geh'n hier jetzt. Ich hab' den Loupie geh'n hier jetzt. Hallo. Ja, ich hab' dich schon auf der Foua gelesen. Hallo, Mok. Hallo. Hallo, wie geht's? Hallo. Hallo. Sorry. Das musst du Loupie sagen. Na, nee. Ich hab' den Loupie geh'n hier. Ich hab' den Loupie geh'n hier. Ich hab' den Loupie geh'n hier. Und du geh' den Loupie geh'n hier. Mann, nee. Mann, nee. Joy Country ist um 7. Ich hab' den Loupie geh'n hier. Ja, aber dann geh' ich zu Loupie geh'n hier. Du hast' den Loupie geh'n hier. Ja, und ich guck'n. Ich muss' Loupie machen. Loupie machen. Loupie machen. Hör. 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 Mann, Mann. Komm' mal, Boy. Nee. Du willst' Mother-Eis geh'n. Wenn du Loupie geh'n hier, ist ja mal zu. Du hast' mir Loupie geh'n hier mal zu. Du hast' mir Loupie geh'n hier mal zu. Egal, was denn? Oh, ho, 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 ho. Hör. Als wär' mir heute gebt, mein Schüdering mal ausgeführt. Hör. Nein, die Musel. Nein, die erste Reihe. Nein. Wer nicht? Doch, Andy. Du bist heute in den Inder. Du bist heute in den Inder. Also, guck' ich noch mal die Rono. Wenn man nur gebiescht. Weil du komm' den Maxing Lobby ansteht. Kann losgehen. Ah, ich denke nicht, dass denn die so schlimm gehen. Also, Maxi geht an den anderen jetzt schuld. Bei Seria sind Ming Lobby. Bei Apex sind Luding Lobby. Ja, keine immer die anderen schuld. Das ist nicht schlimm. Das ist immer so. Das ist immer den, den, äh. Ich spring' ja los. Oh, Isel, was war jetzt sehr gut hier? Wir haben nix gemacht. Jo, jo, jo. Beppo, von undere Schkills verzultert. Ich war echt genug gefangen, das Spiel zu spielen. Mann. Da bin ich safe oder hot. Hä? Äh, Maggie, sicher. Was ist das? Ich will chill. Chill. Was ist das? Was ist das? Ich will noch nie gesehen. Was ist das? Was ist das? Königsschlucht? Nee. Äh. Nichts wohl setzt ihm eigentlich. Aber das ist ein guter Map. Du gehst den Win. Geht den Win. Enttäuscht, du, Max. Ich hab's gelaunched dir. Kevin, willst du denn schlafen gehen? Ohhhhhhhh. Ohhhhhhhhhh. Ich will in der Kran, du. Ich will in der Kran. Bleib gleich mit hier im Kreis. Wer will sich einverlassen? Ja, im Kreis bleiben, an dem Zaun, du. Ha. Herz, Herz, Herz. So. Nuss direkt schon mal durch. Lauf dran, kein Wortlaufen. Nein, ich kann ja. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich fass am besten. Ah, keine. Ja, ähm, da geh mal Freude. Freude kann schon nicht, weil ich nicht bei mir schaffe. Oh, du bist so ein Pann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du bist nicht bei mir schaffe. Ich schicke mir ein Beweisfoto. Hast du den Arm gestorben? Wehe? Ich schaffe den Arm. Nein, ich kriege gratis zu essen. Nein. Oh, du bist in Ruhe. Was ist das? Wir mussten das aber hüsseln. Wir müssen uns halt rein. Ich will Jesus Pann. Ich schlufe, Kevin. Ja, ich luche nur, das sei das so. Den Arm. Kevin, willst du nicht schlufen, du? Oh, tschüss, Mann. Ciao, Kevin. Den Arm. Den Arm. Ich habe nicht gedacht, du kannst nicht zu schlafen. Was hast du gesehen? Kannst du nicht? Komm mit den Trainen ab. Ich bin kein Mann. Bruch, mein Mann. Ich habe nicht gedacht, du hast ihn. Das nennt der Arm. Er geht es dann. Wir sind alle außerhalb des Ringes. Wenn ihr tot seid, könnt ihr niemanden wegpusten. Mal ein, oder? Nehmen wir uns den Bereich da drüben an. Ich geh in die Hand drin. Ich komm noch, in der drüben. Der Maxi, der ist gut unterlegt. Natürlich, das ist doch noch nicht der Gegenstand. Geht ein Laufstabilisator, Stufe 3. Schau mal, nein, der ist schwarz, das ist noch der Schlimmste. Ich sterfe nicht als ich. Basics kann er ja bestimmt. Ich finde es für Jeng Munizin, für Jeng Waffe passen. Nein, ich spiel Wingman, ja, ist gut. Also muss Mateus sein. Ich muss seine Zeit lang nicht mal wie er klumpt. Ja, mit Wingman muss ich Mateus sein, das ist jetzt schwer. Ja. Das ist wie bei CSGO, die äh, Desert Eagle oder so. Ja, hallo, oh mein Gott. Ist das so schwer, Mateus zu spielen. Boah, mein Apex läuft mal auf. Oh Gott, ich muss fangen, ob ich Nullu fangen, nee. Dein Hamster muss mal alles getauscht gehen. Hä? Du von mir. Da ist doch eine Königsschlacht oder so. Ihr habt ja auch geholfen. Die hälfte der Fluss in der Räder geht. In jeder Minute stirbt ein Idiot. Moxsi rand heute durch. Ja, ich will keine Plätze. Oh mein Gott. Das kann ich nachher kraften. Das hälfte der Fluss in der Räder geht. Jede Minute stirbt ein Idiot. Das heißt, die Köchtenhäe nenne ich mal. Weil die kannst du auch sammeln und dann kannst du auch mit den Punkten nach dem besseren Rucksack oder so craften. Oder ich feiere ein Magazin. Weniger ist dein Main, Max? Hm, an sich spielen nicht alles mit meinem Hauptcharakter, also an sich Raid. Raid, ja, das sind ja viel, die Gamer der Raid spielen. Ja, wir spielen an sich alles, also das will nicht, dass ich... Es sind entweder Pathfinder oder Octane, ich finde es wie immer so schön. Mirage ist auch Ruin-Skin, das macht immer so nicht, das ist auch geil. Oh, nee. Was tust du da für nur von Grund? Den Lobber? Äh, nee, dengan, du, Raid, Raid? Raid, Raid, das ist für nur von Grund. Die Braultas bin ich gut nicht klar, man, das ist mir zu fad. Das heißt, ich halte dir den Rücken rein. Also, ich kann das hier laufen, sondern so ist es halt Nämlichst. Ja, mir ist das Gefühl, dass man die Rücken hat, dass es mir lösen kann. Und du bist mir ein Ziel schaffst, Martin, den fetten Charakter, das ist der Problem. Ja. Ah, das Spiel wäre schon geil, wo Trasker muss. Ich finde es am Anfang zu schwer erfahren. Ich habe ganz am Anfang gespielt gehabt, zu... gedroppt, gestorben, gedroppt, gestorben. Ja, ich habe schon nicht gespielt, wo du rauskommst. Du warst alle in München-Drop. Für mich hat es zu viele Hackmacks am Anfang, das war alles, das war ganz anders. Es war eine komplett neue Battle Royale, wo du rauskommst. Es war auch nicht einfach am Anfang, fehlt mir nichts, um nicht alles zu können. Ja, das stimmt. Und da sind sie nur, nur mit der Zeit mit den Walljumps und den ganzen Bullshit durchkommen. Ich habe da drüben einen Waffenversorgungsverletter geholfen. Die Zip-Line, das ist ja auch eh in Amerika schießend weh, Streamer, die ganze Zeit mit den Zip-Lines, die ganze Zeit hin und hier sprengt. Genau, schnell die Dinge, ne? Wie ist die Fade oder so? Fade, ja. Ja, einer ist krass, kriminell. Ja. Ja. Hat sie nicht mehr auf die Hände gestoßen. Aufmunitionieren. Den 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 YouTubers hin hält, lobbyen also nie am Solo. Es war besser als ohne. Uhm. Se Cava the meilleur man. Wien? Na, ist Chess Finale. Ich höre Feindaktivitäten. Was? Ja, einer sollte den Primaaria gar angestiegen. Ich war ganz schrau. Ich hab das schon geplant. Den Andi geht ja das gerne mal. Was für ein Haar müssen wir da sind. Weil ich meine, denn Andi kann doch schon... Curry. Polycury. Egal was. Ich hab ja auf Portugiesisch gesehen, wie du an deinem Bier. Das ist Andi. Ich hab ja auf Portugiesisch gesehen, wie du an deinem Bier. Wo hier Andi, ich bin echt. Ich glaub sie sind Favela-Leitung. Ah ja, sie sind Favela-Leitung. Jumanji-Leitung. Er ist ein ultimativer Beschleuniger. So. Du könntest mal die Eischleitung kommen. Bist irre. Das hat mich schon mal dick nervt. Schon immer so viel geloot, dass ich gestorben. Das geloot für die anderen. Andi, so Dinge... So Dinge... So Dinge... Kollegen... Du... Andi, du warst ein Dinger für den anderen. Du hörst noch. Hier ist eine R301. Bei... 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 hier und... Der Ring ist in der Nähe. In einer Minute schließt er sich. Ich hab keine Ahnung. Ich find... Ich spiele hier immer im Zimmer. Aber manchmal... Wollt denn abgehen? Ja, wir haben vorgespielt. Kein so richtig schnell. Man hat immer den Aden schief. Die ganze Zeit, man nicht spielst. In der Backe und das. Dann wirst du nicht auf die Ecke. Immer und 14. Oh, meier Gesalz. Ich vermischt nicht in der Pause machen. Ich bin ganz gezuckt. Das hat mich so genervt. Ich bin einfach nicht und mache hier etwas Interessantes. sonder so wenn das gespielt das gespiel das wie den ob die den obvierskern Also MW3 werde ich schon nicht kaufen, vergiss das. Erzählst du, er hat nur Käse. Ich kann nicht. Ich werde nicht OG MW3 toppen. Nicht. Kaufen. Tschüssi. Ja, das war einfach die Beste. Da draußen ist ein Kehrpaket. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo die Mox gerade ist. Der Samsung. Oh ja, du. Die ganze Zeit wirst du Mox handeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sieht ja aus meiner OG. Das sind die alle. Ich mag die rauskommen. Das ist ein König. Ich mag nicht. Das hat eine Zeit lang. Zeit lang so scheiße Mappe bei Apex. Das war großartig. Die Mod Lava hat mich so genervt. Oh. Ich brens frei. Ich verpiss mich. Wurde gesichtet. Bitte rauf. Rogge Lava. Sekunde. Lade Schilde auf. Ich fahr zu Dave ran. Ah, ich hab noch Besuch. Ich hab noch Besuch. Dave war so nicht gut. Sind wir den noch? Ja, müssen wir noch sehen. Ja, du kannst zu Ende. ich hab noch auf. Dauert ist mit dem Rücken frei. Augen nach oben. Replikator am anflug. Ich kann einen Mino pushen. Ah, hier sind sie. Ich kann einen Mino pushen. Ah, Kaustick. Ah, die muss der Bayer jetzt kommen. An sich können wir hier überbleiben. Aber ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es geschafft. Ich muss aber alles kommen. Hast du Angst, dass wir da nicht für den Hohen einen eigenen Abzug gehen? Ich muss den Hähnen auch nehmen. Ich habe es. Und sie lacht. Kannst du da gar nicht aus dem Stream gehen. Ich gucke nicht aus dem Stream. Ich gucke mit Max an. Ich rieche die zwei ab. Ich lache, weil ich fand die Witze. Der sieht alles wie so. Die wacht bis der Max ist nicht, ob sie es möchte. Wurden Sie bei ihnen. Wir kommen Sie. Aufpassen. Wir passen ein, zwei. Ich habe den Schild eines Gehtners geknackt. Lade nach. Lade nach. Aufpassen. Hallo Leute. Na, warte. Schwier. Guck mal. Regulier mal. Ich bin getroffen. Ich bin Hamstas geflacht. Jetzt geht der Kacke zurück. Fuck! Du magst mich nicht mehr. Oh, Dindo war nicht schlecht. GG. Und für die ist Party. Hamster, gut gespielt. Brauchst du nicht, nicht bei Apex. Ich meine Apex war das Spiel, wo ich am ersten Mann hätte gefragt haben. Mach's hier, D. Ich spiele jetzt alle zwei ab Mann, oder? Ja. Ja, echt, ja. Also ich kann nicht mehr so quebern. Amos ist das wichtig. Ja, du spalten sich Gerüchte. Ja. Irgend so ein unfair... Ach weiss es nicht. Da merkst du doch viel für Dila. Boah, Pré, du kannst... Ja. Boah. Ja, den zu spülen, wo ich den Aim-Assist öffne beim Kontrollers bei Call of Duty, weil dann mich jemand stehe. Nee, gerade du warst ja gut, Mann. Gerade du warst ja wichtig. Nervt dich. Nervt dich. Nervt dich. Ich meine, zum Beispiel, wenn ich das neu verspielen. Aber dann könnte ich Lange gelaufen und selber zittert einfach. Ich habe ein bisschen mehr gesagt, was du musst. Hallo, Andy. Ich bin ein Spiel, ich bin ein Spiel, ich bin ein Spiel. Ich bin nicht sechs, ich bin nicht sechs, die ich alles geil und nicht für meinen Hautunchen gedammt worden ist. Ich bin stolz auf dich. Danke. Oh, Respekt. War nicht so einfach. Darf ich heute zu spielen? Oh, wir haben immer den Hammerpoint, hey! Oh, ja! Wir haben den aus dem Rimm kommen. Und da ist das drin, aber was ist das cool? Du hast ja den R.E. von euch. Das ist der R.E. von euch. Oh mein Gott. Und ist der R.E. von euch, Mann. Und den D.E. war komplett ans Spiel. Das ist nämlich so stark für Muffang. Wo das alles eigentlich kein Reins kommt. Das war OP. Schiedfried hat Alternator und R.E. gespielt. Das waren Lasern überall. Andy holt Hammerpoint und dann holst du P.2.2. Das ist so geil mit denen. Oh, ei, ei, ei. Oh. Boah, sie recht bei Pferd spritzend. Ich meine, okay, dann nicht mehr. Wir werden sehr gut miteinander auskommen. Aber viele Meier sind da nur dabei. Nicht viel, geil. Nee, das ist eine Scheibe. Nee, warum nicht? Ich darf vorstellen, euer Champion. Der Hamster. Wir landen mal da. Wir landen mal da schon. Wir gehen auf den OG-Platz. OG. Tim, du siehst deinen Kronen im Kopf. Hehehe. Hat wohl Knossi 2.0 gegeben. Knossi 2.0. Knossi 2.0? Nee, nee. Nee, nee, das darfst du nicht zu werden. Nee, nee, das darfst du nicht zu werden. Das darfst du nicht zu werden. Aja, oh mein Gott. Die Plaza ist ja selbst von OG. Mein Gott, wie oft sind du gestorben? Das darfst du nicht zu werden. Ach so, ich muss auch sind die dann online. Ach, spielt das mal. Jo, kannst du nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich mag nicht auf Training. Von Action. Was? Beim Mop-Tip. Oh! Oh, Max. Ja, der Torfallschloss. Ah, boah, ein und Friedensstifter ist normal. Die Dixer, du. Ja, kein Munnie mehr. Oh, jetzt hier. Oh, na, der Karpstick, du. Also den... Dinger. Ups. Ah, ich war eight als auch. Du war Schlimmer. Oh, One-Shot. Komm mal. Okay. 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 Okay, das ist schwer. Das ist schwer. Halt nicht mehr ein Doof hier anzukaufen und auch um die Lüfe zu erinnern. Komm mal. Du gehst mir doch einen Doof für Anzukaufen. Du brauchst, du kommst. Sie sind am Gang meine Zimmer zu renovieren. Da kannst du genauso an der Globus gehen. Die sind so da ja. Am Anfang hatte ich das mit mir hier essen. Ja, ich bin nicht so. So, aber ich habe es nicht mehr sitzen gelassen? Ja, weil mein Hund Pferd schweig war hart. Okay, nein. Das versteht nicht. Ja, ich muss mal nachschaffen an die Wahl, also ich mir da die ganze nix vorstelle. Ich bin Spitfire. Da geht's halt für Kanz. Ich gehe mal nach Hause. Und dann, gehen wir dann schnell frei, mein Papa. Mach mal, ja, bis er ist da. Ja, aber da gehen wir so schon, ja, das Papa. Ja. Geh mal den Kopf, mein Ding. Ja, ja. Ah, ja, das ist ein bisschen peinchen, das ist der Kabinett. Ich muss sowieso überstunde machen, weil ich schon eine überstunde daran hole, dann. Ja, okay. Hast du mich schaffen? Nein. Nein? Wo ist das? Ich sollte sich doch mal kanzeln holen, weißt du? Ich muss kanzeln holen, vier bis Stuttgart. Ist das Stuttgart? Was? Ich schaue noch Kado-Fund mittlerweile bei Boom. Ja, gut. Ist das Stuttgart? Ich kaufe einen neuen Monat, einen neuen PlayStation-Monat. Und ein Buch für Fallout. Und dann, denke ich, ich würde eine schöne Geburtstagskonel. Was ist das für auch eine Idee? Sie trafen sich die Masse aus Hamburg. Ich sitze mich. Ja, In-Marsse aus Stuttgart. Es liegt ein Lockdown-Filz, Stufe 2. Nein, nein. Ich bin an dem Deck aus Stuttgart. Wie ist es? Nee, ich bin an dem Deck aus Stuttgart. Was? Ja, ich gehe mal hin für seinen Geburtstag. Wie geht es denn? ich habe ihn noch ich mache ihn noch immer nicht im Bett ich habe ihn nicht in Bosna ich habe ihn in der Sonne weil du den Knüpfel hat Max wie alt bist du? ich bin nicht im Schwanz oh okay du wirst dich schon aus wie ein Mann ja ich bin nicht ich weiß ich es ist ein Hattbar Anni du bist du in der Sonne in der Sonne wo sind 2 und 3 das war auch nicht ich bin nicht Andi du bleibst mich schon gleich in der Kölsch ja Ja. Bei mir ist es noch mal von der Stirn. Schön hat mir die Reaktion. Nein, du bist schwarz, du fühlst. Okay, da brauchst du nichts gesehen. Ich finde es süß, dass du schwarz bist. Und dann die Wester schon mal, wenn ich so den Gag mache. Süß, das sind deine Frau. Bist du sicher, dass deine Frau was käme? Also, wir fangen in der Zeit immer Transgender und das Transgender wollen. Es sind Day Damn, okay? Nein. Das ist wahrscheinlich egal, wenn sie passen mit dem Schindülle. Nein, es sind die Nirok. Nein, aber nicht. Es geht besser, dass es Schindülle sind. Ich habe mich sehr... Das ist ein Sing Sing. Miau, miau. Danke, du bei mir. Hier ist es und das Essen kommt auch noch mit. Mhm. Na, na, du kannst es bei mir nicht vergessen. Der sieht ja schon alles so aal, Mann. Nicht lieb. Klar, aber du bist manchmal 28. Ja, die war schon aal. Aufgelaufen. Ja, sie war. Wow. 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 Genau, die sind dann die Nirok. Nein, ich habe noch 30, Mann, ich bin nicht. Nein, ich habe noch 30. Man hat eine Klasse von Käfer, die immer Lösler hat Schäuble für ihr. Nein, ich meine gar nicht. Ich hab die Frau auf mich, da hab ich schon mal alles, sie wird richtig ausgelaufen. Halt dein Maul. Es sind 28, das hättest du nicht. Du bist nach zwei Jahren, Kimi. Ich bin schon. Ich bin schon nach zwei Jahren, da komm schon, wird es ausgelaufen. Expired. Ich hab drüßt, ich geh an den Bauhof. Ja, ich hab drüßt, ich hab drüßt. Ja, aufgrund nicht weh ich. Ich bin schon. 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 Ich krieg gleich fünf Kilo. Ja, die Firm wollen nicht so viel. Nein, das ist schon so viel. Ja, alles auch in. Ich schau da nicht. Ja, ich krieg nicht gepinkt. Du hast so viel gepinkt schon. Dann haben die Firm dann einfach viel. Ja, ich hab noch mal. Ich brauch das noch mal, dass sie so viel Firm. Aber Bullshit. Ich hab noch mal erzählt. Du hast noch mich stressig. Ich hör bei dir. Du kommst vor, sie wollen sich noch drüßt. Oh nein, drüßt. Nein, 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 nein. Soweit können das nicht. Ich hab überlaufen. Wie möchtest du das noch? Oh, es kann nicht viele Leute, die das machen. Oh, ne, witzig. Ja, die Leute, die kannst du einfach. Jetzt haben wir draußen nicht. Dann geh ich von den Brägen drauf. Das ist von mir. Ist doch direkt so groß. Na ja, drüßt. Manchmal drüßt. Eine Minute, bis der Ring sich schließen. Direkt du drin abschneiden. Das ist die Sache geklärt. Oh, 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 oh. Nee, ich hab nicht verstanden. Ich hab nicht verstanden. Ich hab immer die Leute die gerätseln in den Gegend mit denen gemacht. Ich kauf immer ausgelacht, weil ich mein Bein. Es wird immer so eis gesehen, wenn ich mich mit der Gelatt geschnitten hab. Weil ich immer die Pedale vom Daumen hin gegen die Schienebein krote. Das tut dann immer so. Ja, so sieht eine Wunde gelöst. Hat er den Schwarzschatz? War es? Du musst ja nicht so sagen, diese Leute zu spritzen. Gleich, verstehe ich. Nee. Was? Dann hast du ja mental nicht stabil. Merci. Ja, okay, so ist das so. Das hab ich ja doch gemacht. Ja, mental nicht stabil. Ich war da nie mental stabil. Ich mein, ich wär doch nie mental stabil. Ich mein, ich wär doch nie mental stabil. Probier mal mal Sport. Hochzeit läuft viel. Hilf mal. Ich mein, den am Anfang nicht. Zum Schluss für Frust zu verschaffen. Oder du musst wie den Andi, du Cesar verkokst. Naja, Schwarzschatz. Was geht doch? Nee. Gut, dann wäre es in Ordnung. Was? Gut, dann wäre es in Ordnung, oder? Was? Gut, dann wäre es in Ordnung, oder? Ach, schon lieber Ketamin, das möchtest du nicht. Nee, was haben wir zu? Also Max, ich höre weder den Ehen noch den anderen zu schwarz. Ich weiß. Das ist mir auch egal. Ich komm, das bist du ja nicht zum Holz. Ja. 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 Oh, Fa, wie dann? Ohohohoho. Ohohoho. Ohoho. Ohohoho. Oh, Krabar. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohoho. Du magst Lift, Rina. aber das hat steckt und neben den bogenstern magst du schon nie gesehen also den 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 die symbolen lieben den bogen stern links da sind ich habe den evak tower ok ich werde tauren mal oh der ist so geil ja sind da da oder ja dann let's go oh alten hamster ist gut ich gebe den aimers nicht ein von dem spiel sowas kommt der ne da treff nicht da du ja du du 10 das kam ja Ja. Da ist die Uhr von unter dem Fenster. Ja, ich komme nicht, muss ich schon. Pass auf, du bist unter dem Fenster, guckt auf mich. Ihr wollt, dass ihr einen Hainer gelaufen könnt. Geht der Entfucht, geht Richtung dir, links. Und was bei dir? Ich folge dir nicht, was ist das so für Blödsinn? Mir ist hier vor, weil ich den Max nicht folge kann. Er hat das Noreen bei durchgesprungen. Oh, Mann. Tschusch. Da Max lebt die Tür. Merci, ich werde folgen. Oh. Pardon. Hat schon viel mich frei, soll ich sehen, oder? ja wir sind aufgesandwich oh ja 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 was nicht schwarz also 15 schmerz also was da muss musel aus dem land oder max du ne egal ja das ne ist du 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 supplier du supernatural wirst du was den schmerz du du ah wirst London London F***ing Bastard Landen Oh mein Gott, Lashka auch geil Ein enges Rundeln F***ing Hör, F***ing Cunt Go to the kitchen Ja, du magärin La Place de la Femme Alles auf Einige Dinge, mein Oh, das ist gut Das ist total Ja Das sind alle Ich bier Müller, Doll ist geil Ich war nur für kurze noch auf der Plage Ich suche jemand besonderen Den ich Ausschalten kann Müller, Doll, was möcht du Marcel, schreitst du? Er spielt nur das Gemüt, die Panner Marcel, du Wichser, Mann Mein Herr, sagst nüt Schreiber, sei stream, musst du es bestimmt, die Panner Schreie nicht, stirb Schreie, stirb Willst du nur ein Computer oder Radcliffe? Na, du perst für nichts. Natürlich, dein ganzes Stream gebraucht. Das sieht so dick geil aus. Schon eine Person, die gerade an meinem Stream nur guckt, die ich grün nicht kann leiden. Ich weiß nicht, wie ich mich berühre. Wie ist das? Wie ist das geschafft? Du Wichser. Nein, ich will nicht so sagen. Schick mal ein paar Messagen. Schick mal ein paar Messagen. Schick mal ein paar Messagen. Die Person schreibt. Das ist ja egal. Die Person, wenn sie wissen, die Boss verpiss dich, ihr Kelp. Geh raus. Geh durch die Schwanz, man. Weiß nicht, du Pigeon. Geh durch die Schwanz. Geh durch die Schwanz. Solange die Person jetzt schreibt, das ist mir wirklich egal. Geh durch die Chance, du Pigeon. Nein, du bist gut. Du bist gut. Okay. Geh ich noch mal. Alles klar. Nein, aber kann ich nehmen. Füge ein zusätzliches Aufmerksamkeit. Füge ein zusätzliches Aufmerksamkeit. Füge die Schokolade, so schwarz. Ich möchte einen Kölner, der mir gehalten wird. Ich verlasse meine Drohne. Wir kommen geförden. Das aber nicht. Du Lütter war. Oh Gott, Leute, ich vermisse mich. 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 Nein, nein! Ham da, Leute! Ich vermisse mich nicht. Ich vermisse mich. Ich vermisse mich. Wir haben noch einen ausgeschaltet. Hadell. 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 Nötig. Oh man, 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 man. Obstah. Ich habe gewaiped. Hat man den Arsch gefickt. Ja. Du war anal, du war anal, rektal, vertikal. Du bist schon gut, du hast getroffen. Von aller Seite. Du war allseitige Bicht, Herm. Da wird heute an den Luft geschossen. Ja. Was ist das, wenn der Max verliert? Du hast doch keinen Punkt oder so. Nee, das ist okay, Weng. Okay, das ist immer gut. Wieso, das ist sowieso schwierig, Spiel? Geil, was? Ich habe die verschiedenen Eier, Dylan, wenn du an Moderatoren an sich gehst, da geseitst du die Person. Stream Elements, cool. Nee. Nerox Coast. Gerell. 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 Ups. Et screen. Ich kann es bannieren. Du bist hier und ich kann es drücken. Du bist. Fais es. Fais es. Ich will es nicht. Fais es. Danke. Marges. Marges. Nein. Fais es. 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 Fais es in mir wieder. Fais es. Fais es. Fais es. Fais es. Se� es. Fais es. Ich hab's schon nennen. Egal, die Lashkia wusste, der biecht. Ich meine, die hätte kippt. Ähm... Normalerweise sehe ich ein Team oder was? Er stirbt aber das nicht. Er stirbt aber. Was heißt? Ja, wir können das hin. Du schreibst es vielleicht im Arby. Du warst schon gebombt. Du kannst einfach so machen. Das ist so ein Team. Ich hätte das gebombt. Ich will auch nicht. Ich hab in meinem Motto dich gebombt. Häng wir auf. Ja. Kannst du so? In meinem Motto dich gebombt? Weil ein paar Sachen. Naja, die ihm nicht gefallen. Boah, jetzt häng ich mal Stress, Stress. Ich schwöre. Ich habe die Waffen bereits. Erbein erledigt. Warte, wir haben... Hat das praktisch nie eine Menge im Stream. Hallo, B-Moll. Häng ich mal. 45 Sekunden, bis sich der Ring bewegt. Vielleicht könnt ihr nur ein Ufro. Wieso geblockiert gehen? Weil das gesehen ist, ja. Ich gebombt mich. Wieso? 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 Wir können mehr schreiben. Und ich kann entscheiden, ob ich sie entbandel. Also du. Ich gucke. Ob jemand die hat Blockfall? Wir haben nämlich am Stream was. Ja, aber ich kann ja auch sie noch sein Versor. Es ist nur Gold. Magst du sogar ihm und so Gold werfen? Ja. Boah, Hamlock. Aber der ist schon nicht ernst. Was ist die denn mittlerweile vollautomatisch? Äh, ne. Dreifach. Nahrung und nicht. Sie wollen die einfach nicht vollautomatisch. Weil die wär zu OP im Englisch. Optik, hier. Nahe Distanz. Belezer. Noch ein wunderschönes Teil. Gebannt. Ne, ihr wisst. Ihr wisst, mir habt ihr schon einige... Ah, ist die Diskussion gemacht heute. Also ich muss mir Schmarmul ein bisschen warm spielen mit Apex. Ich bedanke mich nicht. Also ich bedanke mich nicht. Oh, mach mich nicht. Oh, fuck. Wieso wird das möscht? Was? Was? Das läuft automatisch nur, wenn es am Holz ist. Ah, cool. Wenn du zwei vollautomatische Waffen hörst und du packst die Waffe, dann wird die andere aufgelöst. Ja, in etwa vier Sekunden oder so. Entschuldigt geklaut, Beppo. Du hast die schwarze Mollecken geklaut, oder? Und wenn du einen Digiscope dran hast, kannst du durch Smokes gucken. Das ist wie wenn du die Blätter anstürst. Juste halt konstant gesäßt an der Geisner. Cool. Und der Smokes. Oh. Okay, man hat ja alles erklärt. Die Hälfte der Squads klammert sich noch immer ans Nehmen. Optik hier. Hier ist ein Schrotflindenverschluss. Stufe 3. Oh ja. Auf, Kim! Woher ich gucke kann, ähm... Soll nicht in den Ufro-Stahl für Entbom zu gehen. Entschuldigung, ich gucke, da hat wie so Känger so einen Frieden. Ich bringe das. Ich habe das. Wie geht's, wenn du nicht? Gut. 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 Nein. Gehen Sie da? Nein. Oh, verdammt. Oh, das ist geil. Oh nein. Oh nein, oh nein. Einen heuer und einen heuer. Da sind da zwei. Oh, top, merci. Chance, gucken Sie, ne, dabei ist. Ja. Oh nein. Wie leid. Lade nach. Lade nach. ich versteh'n die Friedensstifteinst du nicht, du möchtest dich entschuldigen Scheiße, dann wird mich kritten Spreng, du App ist runterwimm'n Ah, das ist One-Shot Kim, das ist One-Shot halt Uiuiui Oh boah Kim, du brauchst den Monster-Anfahr Bump, dein Flug Uff Heil mich Währenddorus'n euchís gesperrt Ah, du gesperrte Chat da Nöööööö Ich űs immer net, wo die scheiße Das ist eine Euphora, komm ich. Ja, ich gehe noch, du. Komm mal. Wie du möchtest? Geht mal, das ist gut. Nein, Evac Tower. Du musst aufhören. Du musst aufhören. Okay. Ich gehe nach hier, nice. Ah, du bist die Third-Party. Let's go. Ich schaue zu meinem Ding auf links. Hi. Oh, du machst das Key Leader. Let's go. Oh, du machst das Key Leader. Let's go. Oh, Opa. Aktiviere einen Evakuierungsstorm. Heile dich. Sei mein Schildhautträger. Ich heile. Mein altes Ich hätte dich verrotten lassen. Beim nächsten Mal mache ich das vielleicht auch. Man merkt ihn. Kein Problem. Hat die Lasch? Ja, du fährst schon. Nee, du hüllst die Klang. Na, kack. Warte, ich komme. Ich rufe weiter. Dann gehe ich nach 100 aus. Schau mal. Auch du. Ich hole mich noch einen. Schau mal. Wer ist der Klang? Mit Shugur Kang. Das ist mein Groß. Oh, nein. Oh, mein Gott. Das ist traurig. Probeer. 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 Ich komme ran. Und dann höre ich die Groß. Du wirst nicht sterben, ohne dir mein neues Gesicht einzurechten. Ich will sicher sein, dass ich dich verfolge. Moment. Ich muss Heile. Äh, wir müssen von Goren. Ja. Ich muss ein Schil. Ich muss uns da kommen. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Gehen wir von uns. Gehen wir von uns in den Ring. Und eine Mauer der Todes kommt auf uns. Oh, die durch. Was ist da hier? Muss man hin? Nein, einfach einen. Einfach einer. Gehen wir den Team. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir kommen nach. Der Kapper geht uns nach. Moment. Ich muss Heile. Ich muss hochheilen. Ich muss diese Felix-Kippen. Stepp, Sai. señal! Was? Ich oder in die Gegenung. Ich bin nur bei dir. Da ist jemand woanders sorry. Ich habe mal versucht. Ich bin schon bei dir. Ich bin voll. Ich bin in den Sput. Du Verabschinsen bei вас. Peter, ich bin in die April. Ihr habt nicht mehr. Ich bin in den Sput. Ich bin in den Sput. Ich bin in den Sput. Ausfächt. Warum? Ich bin ein paar Mal hier. Ich bin bei ihm. Ich bin auf den Feind. Ich bin mit der Grund. er ist wohl hier am linken er ist wohl hier am linken wo lebt den? wo 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 ich wurde in den Schatten geboren was war der Lied wenn uns ein Training skippt Opa Mark Hanna da ist ein bisschen da gekommen hi es ist lasch die Skorka ah kack wir haben 30 Sekunden um den nächsten Ring zu erreichen ich trau nicht wo lehnt der ist da ne es stopp im kölnisch piken kölnisch Von denen sind wir hier oder? Die Gölisch. Hey, was? Da sollten wir hingehen, Kamerad. Wir haben doch das letzte Team. Go, go. Hier ist der Granat mit Leutzer. Vollballerin. Ah, ich komme in die andere Richtung. Okay. Oh nein, komm, wir laufen. Komm. Ein Ulti, hast du bereit? Ich habe schon mal einen Weg. Oh nein, Chaos. Und da unten, ob die Gastraps... ...schased in der 40, nur auszulasern. Okay. Okay, alles. Ja, eigentlich, wir haben's Granaten. Das ist voller alles vorhanden. Schon keine Granate. Warte, hier sind die gerade die Bombe. Komm. Ich bin zufrieden. 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 Das war... Gut. Nein, das war hier dann. Ja, wir hätten das nicht zurückgehoren. Das war, du. die waren nur noch alle drei gewonnen kann man kostet diese stubert verstoppen neue leid sich die pannen gute nacht mir geht es gut ich hatte da nachricht nicht gesehen war zu fokussiert das ist Überwaschgebäunnen. Überwaschgebäunnen. Babo. Jaa. 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 Das war mir immer so. On. Is that on? Oh, hey. Hey, schwarze Mann hat mich im Abbewohner. Ich fand es viel zu da, ja. Schön. Ah, mein Chies-Torger ist 30 Euro-Kosch. Trotzdem. Du kriegst für 30 Euro-Banner-Plätze besseres. Ja. Dann geh ich lieber vor. Gib mal du ein Wurscht anknall. Jaa. Jaa. Ein normaler Schiesböcker mit zwei Olin-Wings und mit drei Fritte. Jaa. 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 Aber Kim kennt lauter Leute wo ich kann und weil er hat und er ist die Hornschaft wo allmengleute schafft. Jaa. wenn er gemacht hat. А 그럼 dein Dealer war er schon erst, der Nealer sehen kann er nicht dass er da ist. Ein sharpere Vampus kann er nicht, die werde ich nur ähh. Eine Lägerin. Ich hab bei diesem Job wieder ein gutes Gefühl. Jetzt oder nicht. Es geht los, bereit machen. Komm, probier mal. Die können 56 Leute, das geht mal durch die Strecke und ob... Ich hab bei... Nee, ich komm da, du Schüsse. Perch und der Nächsten. Oh mein Gott. Neee. Ja, nee. Oh, hast du ne Branne? Ja. Ich hab kein Problem mehr, ich muss... Ja, komm er gehen. Ich geh nur mit Schuss. Oh, cross my name. Ah, fuck. Er hat den anderen Hof geknallt, aber sorry. Boah, das Geld hat uns rum. Nee, nee. Das war kack. Ich bin aber getroffen, wo ich denke. Aber Kim, wir kriegen los Mechanik an den Spielen mehr. Und ein besseres Movement an alle. Aber gut, solange ich spiele, das nehme ich schon noch nicht, ne? Das ist schon gespielt. Ganz am Anfang. Aber auch noch mal für zu gucken werde das. Und du noch nie mehr. Ich bin schon nicht. Äh, eigentlich bin ich drei Stunden gespielt, weil mein bester Klischmann wollte beibringen. Und dann ist die Süssi über den Schießstand gerannt. Und hier die ganze Zeit, lo, lauf, sprang, wups, aus der Hüfte, hopp, hopp. Du denkst jetzt. Weil ich noch so rede wie Diamant-Spieler, nicht so. Ah, du reißt kein alles vom Saal, dann. Ne, die war freudig. Ich bin ein Alchemist, ein Fortnite-Spieler an Call of Duty-Spielern. Ah, wie gesagt. Fortnite, äh... Ich kann spielen, aber nicht bauen. Wir spielen auch immer an der Moto Sony bauen. Ah, das ist gut. Möchtet mich spaß. Weil der Gebäude ist gut, nicht mehr. Wie gesagt, das ist ein Portugieser-Simulator. Oder Chineser. Oh, wo ist mein Liquid? Ich darf folgen, euer Champion. Ich sehe, das ist schon remote. So. Lass uns hier landen. Bereitet euch auf die Schlacht vor. Bislow Intim. Komm mal hören, die Hörnischzeit. Okay. Die Hörnischzeit. Okay. Die Hörnischzeit. Die Hörnischzeit. Ich habe hier etwas gefunden. Ich habe hier etwas gefunden. Und dann direkt und mit... ...weil der Besuch. Wir scannen. Ja, der nächste geht und mit. Okay. E-Quack. E-Knock, E-Knock, E-Knock. Und nicht. E-Knock, E-Knock! Gut, gut. E-Knock, E-Knock, E-Knock. Ja schon. Okay, bist du zurück? Rob, auf Plattform. Ich bin hier für dich. Ey, quack! Ist der noch wenig zu belegen? Ne, ist das diskutiert. Okay, ich komme schnell raus. Hülter, direkt die Egen für die Schild. Die war dumm Rögelab. Hülter, Schild, halt wollen. Hier ist jemand vorbei gekommen. Eine halbe Minute. Lade meine Schilder auf. Hier wurde plötzlich jemand verwundet. Hier ist jemand vorbei gekommen. Ja. Scanne den Bereich. Heile! Wir haben hier eine Zeit. Hier ist eine Wut. Das kommt hier rein. Wie viel Nummer der Logik gilt? Schießt zwei, ne? Ja. Ich schwör. Du hast eine schnelle Fight. Also dann einfachst. Direkt Schilder sein. Sein Kusch zu werden. Sein Kusch zu werden. Auf Platz zurückzielen. Bewegung, los! Ja, umfunk schon. Was haben wir denn hier? Ich höre Laffen bei mir. Ja, ich komme. Scannen? Ja. Hast du. Was? 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 Scheiße. Ich komme direkt bei dir. Wir sind direkt mit dem Nackenpaket aus. Hier ist das Ziel. Ich habe ein Fuse. Ich habe ein Fuse. Quack! Oha, fucking Scheiße Feuer. Geh durch? Ne, wo? Ja, ich sehe. Ah, kacke! Ah, scheiße, schon sind wir nicht gekriegt. Boah, ich guck ihn jetzt nach No. Nee, scheiße, weil das manchmal mein Mann hat gekriegt. Ah, komm, Kim. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nee, komm, ich muss auch auswählen, bitte. Weil mein Schaf gesagt, wie lange ich schon in meinem Ding hübe. Ich guck ihn nicht nur. So streng gehalten. Jetzt haben wir so ein Duo, Mann. Ja, wir können ein Duo machen. Ja, ein Duo. Ich guck ihn nicht nur. Ich mach mein Streamer aus. Boah, Leute, merci, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Wunsch und bis morgen. Tschüss. 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 Angst nens san huge noch pulling ist ja nie für morgen. Ich mach mich an 이거 hier lange dann ums an. Und meine Spracheιamerika sind gesiegt auf. Und meine Sprache? Ich würde ganz besser nehmen, als Hasteiw personally für daysаки, Und losso bạn, ich schaue leider ein Scheuer nach. Das ist ein Ruckel, der Busser. Boah, mir ist das schon echt gern, das Gart. Sag mal, gleich noch kann man. Mö, 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 mö. Zimelo ist schon drei Stunden am Gange in Apex zu zucken. Ich habe schon den ganzen Tag vier dem abgewickelt, Babo. Das ist mir traurig. Ich mache nur noch heute. Ich gucke nicht mehr. Hau doch wieder hin. Voll unprofessionell. Diesmal hast du die richtige Entscheidung getroffen. Ich werde dir doch nur so den ganzen Tag machen, wie ich dann nur noch fließt. Ich habe das ganze Zeit mit dem Zimmer geschlossen. Ich habe das ganze Zeit mit meinem Zimmer. Amo, komm, schau mich frei. Ich habe es nur noch auf dem Dach von Dusche wollen. Ich will nicht, dass es Englisch geht. Ich will nicht. Ich bin der Zartmaster. Ja, ich gucke wie äh, ich sitze im Alltag immer Plank fertig machen und von der Schichter fertig nehmen sie die Schichter und nicht spätestens um 16 schon Ähm, wo soll ich mal landen? Egal! Bewusstetwölz! Hiershotwarp Äh, Hiershotwarp Dann geh mal durch Geht mir aus dem Weg Packen wir's an Oh Sowieso aus dem Duo Missions May Action Das ist der euer Solo-Player, woher sonst Quillen die Dutnak Okay Ja Ja, das ist eh Solo, zwei Teams an eh Solo Und ich werde ihn bluten lassen Will du da chillt? Dann so Solo-Raum Das sind die Skill-Spieler Das sind die Skill-Spieler Starte den Countdown Gut, wir sind drin Ja 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 Ich weg Ja 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 Ich glaube, das ist noch für den Ulti auch Ähm Wissen Sie was im Revenanzing Ult musst? Äh, ich bin unsicher Ich bin unsicher Aber wenn du eh nichts gesehen hast, also eh Quacks. Ah, okay. Ja, hi Asien, friend. Hi. Immer so schnell in der Weh. Schuss auf meinen Handeln. Lass ich mal deine Charge-Wifel. Ja. Gut. Der ganze Squad hat ins Gras gebissen. Die Hälfte des Squads ist schon erledigt. Stufe 4. Ich flieg mich zusammen. Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder auf. Okay. Muss meine Schilder auf. Hi Asien, da irgendwo an dem Gebäude viel gestört werden. Okay. Okay. Ah, wenn der Kerl spielt, könnt ihr Leicht oder Schwäermunition benutzen. Perspektiv auch Leicht? Ja, da fehlt sich. Ah, okay. Ich habe mich hier drinnen und habe ich da gesucht. Hier drinnen hat man das gesucht. Ja, okay. Jetzt hier noch weiter. Ich bin hier drinnen. Hier ist ein Laufkabinist. Ich habe hier ein erweitertes Energie-Magazin. Was passiert? Oh, hi. Ich bin ein Alternator, wenn du willst. Was verlöte. Oh. Boah, ich kann nicht mehr gut gehen. von den streamen der stream ist nicht so oft oder? in der volle oder? woher? woher hängt davon auf, also an sich proben Ich kann ja immer regeln meistens. Ich habe nur noch ein Wagen zu viel, weil du nicht fehlerst. Es ist schon nicht im Sommer. Was hängt denn davon auf? 1, 2, 3... Vielleicht feiern. Einen neuen Killspitzenreiter. Augen auf den neuen Killspitzenreiter. Hoffentlich gibt es da drüben gute Beute. Bin unterwegs. Ne, kann ich noch wollen. Ja. Ja. Tschüss. Schwerer Schontaktion. Ja. Tschüss. Baue einen Tunnel. Werde geschossen. Portal platziert. Werde geschossen. Ich muss jemanden sehen. War sicher Schild geknackt. War bei ihm erledigt. Lade meine Schilde auf. Ja. Fahrt ist ja ein Verschritt. Probier den Portal zu rollen. Kannst du bis hin? Portal. Probier wir uns Portal. Ja. Probier in der Deckung zu gehen. Lade meine Schilder auf. Okay. Nein. Bisschen dran. Ja. Sekunde. Wir kriegen das hin. Ja. Der ist mega praktisch. Und den Hauptaus. Ne, du kannst die Küche mal. Ja, ich will sowieso für nichts kriegen. Bleiben wir bis zu weit. Wir haben Zonen. Okay. Ah, jetzt mach mal den. Ja. Da komme ich in ihrem Hei hin. Erträgt. Bei mir kämpfen da ein Hei. Ob sie weiter. Okay. Weil die kommen müssten ja. Egal wer du durch. Äh, Loba. Ja. Oder Bloodhound. Er töten mal ihn durch hinten geportet. Muss sich so passen, wenn wir nur längst halten, dass sie nicht vorriert kommen. Okay. Ah, Minna bist du in der Zone. Äh, ja dumm. Scheiße. Scheiße. Das ist für andere Zone. Mano. Linksaktuelle Belegung. Wir können ein Hei hannen ob dabei. Woher? Ja. Ja. Weil längst halten da noch. Ja. 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 Lade nach. Da ist ein Feuer. Ich lade nach. Oh mein Gott. Gut. Der ganze Squad hat ins Gras gebissen. Ist der Highfall noch? Ja, ja, ist gut. Was schießt auf die Köln denn? Steh auf bevor ich dich selbst... Ja, Köln, 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 Köln! Köln, Köln! Ah, zwei Stecken! Ah, Scheiss. Ich kann es ja durchgehen. Ah, das tut mir aber gut. Wenn du auch in so Fall kannst du einfach 100 mit dem Schuld, wirst du nach Schutz holen. Ich kann es besser schütz. Ich kann es nicht Alkohol auf. Ja. Ja. Schönen wir mal ein Rendezvous beim Doktor. Okay. Ja. Weil ich bin schon... Ich war ja letztendlich krank, weil ich so kopp wäre, wo geil. Ja. Und... du hast Evagin dabei gekommen ist, da fang ich schon ein bisschen Angst zu kriegen. Weil ich in der Technik war, wenn es verdoppelt, Hirntumor an dem ganzen Scheiß. Ich bin echt krank. Ich hab wirklich einen Doktor aus. Wenn man 5 Schüttel von mir geschafft hat. Sie halten das Schöne auf das Spiel. Ist es aber nichts. Ich weiß, wo wir hin gehören. Hier nah. Ich weiß, was hier noch ist. Ich weiß nicht, was hier noch ist. Man. Wenn ich schon komm schon sehen will, wenn ich so eine Zeit verloren habe. Dann ist wohl so ein Funk für den Dunkelstrom. Weil ich bin nur Christe. Dann sind wir schon auf den Tee hingekommen. Dann sind wir schon auf den Tee angeguckt. Dann sind wir schon die Wunsch von der Wunsch von Feier. Und dann ist es schaffig, dass Feier. Okay. Ja. Ja. Aber das stimmt nicht. Ich sage mal. Das ist mir keine Entscheidung treffen. Jetzt oder nicht? Absprung. Durchhalte. Es ist ja immer Dicke Gärtner. Und ich schaue dort auch halt. Weil ich das immer unter Nöchflug sparen will. Ich bin kein Mann weiß zu sehen, können wir auch nicht. Schon nicht das Gefühl, dass du jetzt der Motor ist gegangen. Es ist ein Hemlock. Hier ist ein erweitert Verschwere 2er Stieb. Stufe 2. Wir sind im Ring, das heißt gleich werden sie kommen. Ich habe jemanden, den ihr Sorte verpasst. Mit was? Sonst sind ihr Sorte. Definitiv. Ich hoffe, dass ich mich nicht verletzen habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht verletzen habe. Ich mache mich nicht mehr. Ich habe keine Worte, ich habe nicht mehr. Erst wird sich's ausgecheckt, Chris. Wieso will ich da ein Masse rundherum? Ah, das ist ein Heilum. Ah, okay. So ein Onimot, also etwas, dass du nicht einfach die Waffe rundherum läst. Ah, okay. Ja. Elegant wird... Nicht gerade Elegant, mit vielen Legenden. Kannst du das halt freischalten. Er hat mich fancy ausgesehen. Ja, genau. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter und ich bin es nicht. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter und ich bin es nicht. Kommen du hin? Ich komme hin. Pass so schnell, ich muss die Decke mal aufpassen, weil ich's leh. Kein Problem. Ich kann auch Milus mehr. Ja, das ist an der Reihe. Du kannst auch mit Q bei mir so jumpen oder wie ich's nennst dann. Ich kann auch nicht so sagen, ob die Dinger draufklommen. So, und dann... Hey. So, ich habe den Skanken. Ja. Oh, was? Oh! Nein! Ah, scheiße, ich bin seine Torfritz. Ich wüsste, dass ich hier vornherein komme. Es wird nicht wehtun. Durchhalten. Das war der letzte. Gute Arbeit. Wollte direkt schnell teilen? Ja. Stimmt. Warte, ich bin zwei Kinder. Ne. Ja, ja. Ja. Wo du schießt, du? Erst nach Muff. Ich hab's Muff dran. Ja, komm. Ich wollte rüber rein. Ich habe keine Ahnung, wo du schießt. Ah, ich gesehen, du. Ja. Könnte bei dir. Zwei sind hart. Da in die dritte der Suchte. E. E. W3. Ja, das stimmt. Ok, jetzt. Du könntest meinen Stab fressen, aber leider bist du tot, Amigo. Neee! Was? Philosoph gekommen. Ja. Meine Fresse. Du warst so gut. Ja. Tschin! Oktarienergie. Du sagst, ich schnappst, ne? Hast du gesehen? Lieb ich noch? Ja, du liest noch. Du stehst mit deiner Hand. Du lebst drin. Du bist schlugiezerer Muten am Spiel. Okay. Nee! Schon re... Ah, was tut denn noch? Okay, geht weiter? Äh, mit unserem Rausgehalt. Was sieht der an? Noch die erste? Ja. Stehst du auf einer guten Platz? Hatt gesagt, in der Schlitte direkt. Ja. Äh. 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 So. Ja, ja. So. Ja, ja. Ja, das steht unten drin. Wer hat da gepackt? Neee. Lege mich selbst zusammen. In Zeit. Dann noch fünfmal aufsteht. Ja, dann best du nicht. Ja. Feier sein. 30, 30 Repetierer. Hier bei mir. Komm an. Ein Triple Take. Hier ist ein Havoc. All right. Nein, Hamlock. Gut schalt? Ah, nein. Hier ist ein Orsding. Für Mitte Distanz. Hier ist ein Schrotflüssenverschluss. Du für drei. Nein. Ring schließt sich. Wir sind schon drin. Was machst du jetzt? Was spielst du? Ähm. Schon Tamlock geholt und äh. Tavok. Hier ist eine Flatline. Gut. Wir sind auch gut. Achtung. Liefere Kehrpaket aus. Achtung. Kehrpaket kommt. Dann holen wir sein Kehrpaket. Hi. Kann ich nicht Quäber für die Session. Ist ja ein guter Pfaff. Wie weit aus da? Na, hier an drinnen. An sich könntest du auch hierüber. Klotren. Ja, die Mauer. Ja. Mit dem Revenant kannst du nehmen. Ich habe die Klammer. Okay. Einfach um die Mauer. Ja, viel für mich. Heute packst du locker. Okay. Wollt ihr doch geht an den Hof, ne? Ja. Nicht dass du... Ähm, gut. Ich werde jetzt in den Loch gesprungen. Ja. Ja. Du, Reva, gebe ich noch nicht. Weil... Ich mache eine Safe-Portal für dich. Dann... Runde 3. Stattelring-Countdown. Gut. Wir sind drin. Aus Schuss ob. Geht direkt hunderten Dinge ruf. Habt ihr einen Hitzeschild gefunden? Okay. Hier ist ein Quäber. Was ist denn mal von der Platzierung? Ja, richtig gut. Hier ist eine Todeskiste. Ja. Hier ist ein Wingman. Hier ist ein Wingman. Eigentlich schon nur alles. Das war zu spät. Der Replicator ist unterwegs. Sie werfen einen Replicator über uns ab. Falls es jemanden interessiert. Oh, Press. Hörst du doch. Hier ist eine weiter des Leiters. Oh ja. Stufe 4. Hopp. Was ist denn? Wie ist denn das? Ja. Das ist doch nicht... Ich hab's dann irgendwo... Ich bin vorsichtig. Ich höre feindliche Aktivitäten in dieser Richtung. Ja, ich gucke den Zelthorn als er auffind. auf der dinge ja schon so getroffen wir sind schon drinnen stopp chönen uiuiui ich bringe ins nichts gut zielen scheiße boah ok die nur waren gut betrachte das hier als Gnadenstoß der Feind nähert sich aber gut gespielt aber äh ok ich hab die Dschweige rausgeflöseln die Mallen, das war bestimmt Cheater oh, die Schränke aber gut kann auch sehen, dass er ein guter Name hat das war immer bei Call of Duty mal den Cheater schöner Skinkrit für äh, Dinge übersorgen Cheater für die Lube ja, top du hast Loban nicht mal ne, ich bin auf das Skinkrit oder der Cash gib mir die Riebe hehehe hehehe Cheater wohl zu Fortnite Spieler gefreut was fand er nicht cool im Fortnite Charaktere das sind äh weil es den Dons gesagt ist den irgendwie cool aus siehst du also wie viel ich suche mir an Fortnite an an Call of Duty ich meine Call of Duty Mobile top bei mir neust wie viel hast du denn an das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja vielleicht die Community von Mobile als das wenig ja, das ist das Problem es geht halt schnell mit den äh mit den Mobile Versionen ähm das Problem ist wenn du ein Waffel holst ähm ein Legendary oder ein Mystic viel zu sicher zu kriegen musst du Minimum 150 Euro also Maximum Maximum 150 also die Chance du es kriegst sind nur den ersten Zehen einfach was passt ist kriegst du das letzte Drop und das sind dann 150 Euro waah scheiße und schon um die 8 äh um die 8 Mystic Coffin ja es ist so ein bisschen wie bei Apex äh die Highlooms von so Collection Event da sehen und du Pace komplett dran kriegst du halt 180 Euro so in äh 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 z äh 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 ok d Du bist jetzt schon bei zwei Zuhren aus zu gehen. Du sollst schon gehen. Nein, ich habe den Max verloren. Die Katze ist tot. Die Katze... Ah, hau mal jemand noch. Die Katze ist tot. Das sind doch nicht in die Öffnung, obwohl er nicht mehr am Spiel auskommt. Okay, los und dort. Die Katze ist tot. 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 Oder er brennt. Die Katze ist tot. Was ist das? Ah, nur noch mal. Der Panner, Mann. Zeig dir am Discord. Ich schwach's dabei. Okay, weil's mal da ist. Ähm, mach's halt. Ja, da ist auch von der Tür. Hallo. Ah, da ist der. Wo kommst du? Ich hab dich gerade beleidigt und dann kommst du. Oha. Ja, das ist also sehr typisch. Ich hab kurz was vor der Pennung. Das macht nix. Richtig. Ja, weil du einfach so in den Discord kümmerst und... Ah, guck, Max ist wieder da. Du hast halt keinen anderen, anderen Dings. Ich kann ja auch in Dead by Daylight reingehen. Aber da häng ich halt auch alleine rum. Und das irritiert halt, wenn ihr im anderen Spiel drin seid. Und die ganze Zeit so quatscht. Deswegen hab ich euch auch gebiot. Wenn irgendwas ist, könnt ihr ja Schreiben nennen. Nämlich in Discord. Schreib's halt nicht, ey. Kleiner Diva. Ja. Nein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Hallo, alle sind aufgestoß, Max. Ja. Ah, ich finde die Vertaktung, wo ich weiß, geholt. Ich finde, die H.K. haben wir die Vertaktung, glaube ich. Ah, das war nicht so gut. Nein. Ich hab dein Twitch-Channel. Spanisch. Magst du Panisch? Genau. Ich bin die Nummer gefollowed. Ich bin traurig, Mann. Na ja, ich sind nicht schlimm aus dem Saufen. Ah, du auch so, Juuu. Holger. Du sie, du sie. Obwohl, ich kann eigentlich in Zukunft in einen anderen Channel reingehen, aber der ist ja gesperrt. Da steht ja live, da ist ein Schloss vor. Ja, du kannst doch ihn nicht an. Also, ich kann dir auch einen extra machen für Taxi-Channel, wenn du sie vorhin nimmst. Ne, musst du nicht. Ich hab hier auch einen extra für Yama gemacht. Was ist obligiert, der PC zu vertakten, oder? Was ist das? Was ist obligiert, der PC zu vertakten, oder willst du einfach nicht testen? Wie obligiert? Dass der, dass vielleicht die Lichtung nicht durchgeht. Ah, nein, von der Lichtung her. Also, nass nicht mehr. Wie wird gerade die Lichtung schenken, wenn es noch rauskommt? Ja gut, ich kann doch noch meinen Prozessor ausziehen. Ne, viel drin hatte ich in 1.0. Also, in 1.0. 1.900k. Den hunde ich müsste noch mehr pushen, halt. Weil, wenn du fährst, sonst aus den E-Ning nicht durchkommst. Ja, schon ein E-Ning von der 12. Generation. Ja, weil du hinsch bist ja ganz Computer neu. Also, Kf. Hm. Ich hab schon alles detailliert gesehen auf Instagram. Kim, kannst du mich da nicht für freischalten für den Live-Channel? Ja, du musst... Äh, Kim, du musst einfach nicht mehr in Trash da gehen. Äh, das dann für D-Channel frei ist. Also, sonst geh ich halt immer da rein, wenn ich streame. Und ein anderes Spiel spielen sollte. Mögen wir sie noch länger. Schmögen. Wann? Okay, jetzt können wir nicht mehr die Gute versuchen. Während der 9.0. Oh, das ist... Wann? Wann? Wann, wir sind in Trash 2? Wann? 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 Der Ring ist in der Nähe, eine Minute haben wir noch, eigentlich Zeit für noch mehr Spaß. 45 Sekunden, der Ring ist in der Nähe. Wo bist du? 40 Sekunden? Ach, da ist auch da. Hier ist eine RE45. Siehst du ja bestimmt, Waffen oder? Ja, ich gucke. Von der 301, den ich mega überzählst. Hier ist eine R301. Ach. Hier ist eine Flatline. Nein, da will ich nicht falsch, ich muss pingen, damit ich einfach alles pingen kann. Verstehst du? Da muss ich noch höher rum. Ja. Noch ein Schild. Hier ist ein Evo-Schild. Stufe 2. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Hier ist ein Reinigung. Hier ist ein Reinion. Oh, rucksack reißig nur. Der Schildkind wurde in den Nied. Neuer Killspitzenreiter. Achtet auf ihn. Champion erledigt. Den wollte ich eigentlich selbst stumm leben. Hier ist eine Schild cigarette. Was habe ich gemacht, dass da niemand dran kommt? Eine Hälfte erledigt. Eine Hälfte übrig. Da draußen ist ein Kerber, Küt. Hier ist ein Helm. Hier ist ein Schadfützenschacht. Du für drei. Gut. Wir können in den Boxring gehen. Okay. Hast du Risiken? Ja, gut. Kein Problem. Dann bist du noch nicht höher. Schuch'nash. Wo kann ich laufen oder so? Da drüben ist ein Kerber geht. Jetzt müsste es gehen, Marcel. Äh, ich guck. Ja, ihr habt doch kein Schloss mehr vor. Okay. Jetzt müsste es gehen. Einfach aus dem Discord rausgeschmissen. Ich spiel nur noch die eine Runde und dann muss ich... das Schwimmen sowieso aus. und dann ist da... das schwimmen. Ich spiel nicht. Oh, ne, ich habe das so. Hier ist ein R401. Hier ist ein Lockdownschild. Stufe drei. Hier ist ein Schäge. Hier ist ein Schäge. Hier ist ein Aufnahmen. Hier ist ein Lockdown. EG-Scope? Weißt du? Ja, ich komme an den sichern. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht K spielst, kannst du den eben stoppen. Der Papa hält alles Mord, weiß ich nicht. Alles rein, alles Mord. Den den Mobster, Führung, wie sieht, alles falsch. Das ist kein Staubsauer. Lootgeier. Ja. Das ist alles Englisch. Ja, ja. Weil der Loot so schnell vorfällt. Wenn du die Haik hast, kannst du nehmen. Ah, nein, nein, pardon. Das war's. Fisch. Die ganz doll längst. Ja, die macht den, äh, ein bisschen. Man muss nicht zählen denken. Freuer werden. Und wir sind immer bei dem alle. Das war's. 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 Ich hab' einen neuen Server von ihr, oder nicht, Marcel. Hä? Bist du jetzt ein Discord Server von, äh, Dingens? Die Anfrage... Die Anfrage hab' ich zwar bekommen. Bzw. den Link, aber ich hab' den nicht angenommen. ich habe zu ihr doch gesagt im stream das nur für die ankündigung oder so in ich bin nicht so wie kopiere ich sie selber Schild kannst doch grob craften. Für blue und move reißt du 2x50. Okay. Dann hörst du den Move Schild. Sie hat vorhin im Stream gesagt, dass sie mich bewundert dafür, was ich mache. Schleimscheiße. Ach so. Das sehe ich verdammt ruhig. Sie soll mir mal gelinde den Buckel runterziehen. Ach nix kurz. Ach nix. Ah, 4x50. Machst du mir diesen Weg. Max geht schlubi auf sichchen. Ja. Ja, das finde ich. Das ist traurig. Okay, gehe ich schnappen. Feinste Loot. Ah, hai. Da kannst du nicht nutzen. Scheissbrei. Du kannst einfach Sniper schossen dann aus der Rewe. Das war sein Vantage. Wenn du die Schossen aufkriegst, das geht für dich. Nein. Da kommt nach vorne. Wer war denn denn der? Näh, ne. Blüten, Max? Was? Ja. Ich geh rauf. Ich bin da bis zu Cover. Wir sind vom Drin. Von der links, du kannst du verpizzen dich, ja. Ja. Du gehst alles auf. Und gehst mal Chaos. Lade meine Schilder auf. Ja, die kriege die Sandwäsche. Lade nach. Kehrpaket ist unterwegs. Lade nach. Oho, dick schlau. Lade nach. So, bin sofort wieder da. Wir werden den nachsehen. Röven. Röven. Da drüben ist ein Kehrpaket. Ich feiere auf Sie. Ei, ei. Genau. Feiere. Kudel 3. Sie haben die 60. Stehe unter Beschuss. Gut. Wir sind drin. Ich muss meine Schilder aufladen. Ich weiß nicht, was ein Muni. Wenn Muni gebetet hat. Er ist ein Sniper. Er tut eine Schilder nicht. Ich bin kurz. Ah, hier ist es passiert. Die bei Fortnite, wo ihn einfach alles nicht schläft. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der ist gerade von dem operations System. Ich weiß nicht. Der kann nicht einfach wirklich sein. Der hat Muni machen. Wann geht es ja jetzt? Weil du dann, eben ein paar Sachen. Das geht gleich und einen. Ansonsten finde ich die Posen immer gut. Aber wir gehen und werden ab. Ist aber gebusscht. Ja, ohje. Ja, oder aber einfach gestipt. Das hat nichts in den Kommentaren. ich meine du war auch aktivität doch grad aktivität sooo groß wie er daheim ja wo wird der ding aktivität ne ne ich fährte mir in die max rum von mir Ochs? Ja Ochs? Nee Du kannst mir schon da denken Oh ja, sein streamer ist von der ersten Ochs Ochs ist da Die ist da Alles zeigt Computer anscheinend nicht gut zu sehen Genau Du musst mal schnell aneigen Bosse aneigen lassen Sind auch von den Squats Bosse aneigen Bosse aneigen Ich bleibe noch an Pussy Hoffen Ja Schon nach Rettigern auf der Teuerische kommen Ja, du hast die anderen Squats Ich geh'n seit Jimbring nicht zu Ja Guck schon, aber hab ich schon dick viel Pferde aufgewickelt Schöner schweißen hier statt am Stream, okay? Und dann besieger Wie viel Arbeit ist das? Wir haben Max verloren, Marcel Warum hat die Max verloren? Ich Ich habe vorhin irgendwas mitgekriegt Angesagt Wegen Übertakten Irgendwas wollte er machen, ne? Er hat jetzt die Übertaktung jetzt rausgenommen Geht trotzdem Geht trotzdem mit Wir haben Max verloren Wir haben Max verloren Ich schließe halt mein PC verloren an Wir haben Max verloren Wir haben Max verloren Der einzige Tag ist einer, der nicht arbeitet Ah, ihr seht nicht Was noch du? Nichts noch du! Oh Ja Schnelles Kind fehlt das überall jetzt Na ja, ich muss die Chance am Leben tun Na ja, mein Gott Ich meine, ich los kann man da Los kann man da Le He ... Woah Ah, jetzt bist du vermutet Ja, vi Okay, jetzt seid ihr gekommen zu zweifeln und links auch jetzt Sie müsst gehen Aber du liebst noch Eigentlich Ja, du liebst noch Gut Ah nein, ich los bin nur dort Ah, sorry. Sollte, dürfte ich nicht mehr rausfliegen. Los, alles wieder raus. Ja, alles wieder raus. Ja, alles wieder raus. Ja, alles wieder raus. Ja, alles wieder raus. Nein, weil gestern ist kein Problem. Jetzt ist mir ein Flüssig. Nein, nein. Nein, ich wünsche noch den Raben geändert. So müsste es gut sehen. Ist nicht ein XMP ausgeschaltet? Ja, ist schon von XMP 2 ab 1. Bin schon gewiss, ja. Ja. Also, wenn du von 1 auf 2, äh, also von 2 auf 1 gewiss. Ja, von 2 auf 1. Dann wirst du ein Asus-Bot tun. Ja. Okay, ja. Also, ein Unterschied für den XMP 1.2, also, äh, das sind 2, wie scharf Timings wird. Ja. Ich nehme nochmal die Frage, warum sollte ich auch auf Kikis, äh, Server gehen. Nur weil ich eingeladen wurde, oder? Lass uns hier landen. Ich habe keinen Plan. Ich bin auch drauf und hoffen. Es geht los, bereit machen. Jetzt oder nicht. Geh doch wieder runter. Ich bin froh, dass ich Gutschein geladen wurde. Ich bin ja Moderator, ungefragt. Ja, hm. Ist so Lummer 1, oder? Schöne Brüder. Wo. 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 DRAcr row히. BIRDT. Was. Wo. Wo. W breathorsw邪h. Wo. 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 Ich komme jetzt habe ich Ich bin ihr vorwärts Gott her, ne kann ich das wissen Okay, ah f*** kam das ja, wo du so den kriegst ZT2, scheiss Kamen sie auch damit mit Wälderkrisen und keine Ahnung das ist ja jetzt schon dabei das hat nur für alle stärkt klar hier fehlt ja noch einiges fehlt die krone aber noch bin echt mal gespannt ob sie es schafft im dezember den pc zu holen doch alles auf koste vom stadt ich war ja vor kurzem auch noch hat aber unbeabdächtig ja wenn du familie ritter heißt aber ich glaube sie ist so mensch aber nicht mit dem konnte definitiv nicht auch nicht mit der kamera und ich kann mich ja mehr tippen zeigen weißt du was das schlimme ist ich habe micha lieb aber er schreibt öfters in ihrem stream als in meinem hintergang vielleicht hat er das gefühl dass er bei ihr besser ankommt ja wir haben max schon wieder verloren das ist das ding in sasko gekürzt vielleicht hat er den eindruck dass das er bei ihr mehr machen kann oder sie probiert dasselbe bei micha wie bei dir oder sie probiert dasselbe bei micha wie bei dir oder sogar die machen was sie will man ich hab ich hab meine boys das reicht mir ich habe schon meinen hartz 4 empfänger ich brauche nicht noch einen ja auch mit kervin warum haben wir nicht platz probieren machen ich denke du werde mal nur mehr Leute wie viel tut ja ja du flächer in der porsche stecken da kommen wir in der durchbauen zwei teams hier ist ein gegner gelandet und ich werde diesen bluten lassen ich meine die kommen ja sicher die scheiß drei Dann werden sie ein Fuse, aber ja gut. Was ist denn ein Fuse, du Penner? Was ist denn ein Fuse, du Penner? Okay, das ist vorbei. Das ist nicht schlimm, die nächste wo ein guter Waffe hat, da ist ein Pferde. Ja. Das ist ein Russisch-Rulette. Das ist irgendwie bei Fortnite wo ich so freie an Tiltetower gelandet bin. Hette Tag kein Gern. Warum hat er den ganzen Rutsch-Sprang hier gespunnet? Ja, speziell. Ja, das ist wie ein Omega-City. Ja. Ja, mit dem Rutsch-Sprang gekloten, das ist schon wie Apex. wie Apex Bei Fortnite kannst du auch ohne Probleme 3 feier Leute zuhören in der ersten Zeit Apex macht voll im Schild und dann kriegst du nicht 3 feier Leute Das war schon immer cool, auch wenn du lange nicht mehr Fortnite gespielt hast Es war viel mehr einfach für ein Mann das Spiel heranzukommen Ja Du kannst ja Fortnite auch auf der Switch spielen Egal wo es du weißt, kannst du egal welch Fortnite immer spielen Ja Ich bin der Jumpmaster, folge mir oder komm hier nicht in die Quere Ja komm, dann hör mal um mich hängen Lass uns hier landen Wunderschlaß Spreit Auf geht die Botschaft Geht mir erst im Weg Jetzt oder nicht Ich habe jemandem den ersten Treffer verpasst Ich habe jemandem den ersten Treffer verpasst Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin Stufe 3 Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin Ich habe hier ein erweitertes Ging-Vorpommern Was ist das? Du bist der Nächste auf meiner Liste. Ich habe ein paar Materialien gefunden. Nein, Riech schließt sich. Es ist gerade etwas her. Sekunde noch. Wir sollen schließlich wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mal an. Da draußen ist ein Care-Paket. Da drüben ist ein Care-Paket. Wo alt ist da? Mann, ähm, wo? Kommt schon raus. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Der Champion wurde eliminiert. Jetzt hat sich's ausgechampiont. Was? Voll schnell. Ich muss einmal hin. Hi. Jo. Na, schuss. Da kommt mir diesen Weg. Er ist beim Care-Paket. Nee, ja. Okay, wir kommen direkt an Party ran. Geil. Ich habe die Ween gesehen. Ja, ich werde. Wir sind am Tor, oder? Ja, die ist die fort. Wir haben Zeit. Wenn wir gleich ist für mich. Nach vier Dengel. Ich hätte gerne eine Rüstung gefunden. Ist das der Maximum? Ja. Also, der Maximum ist der Maximum. Und je mehr schützt du da musst, dann kannst du die Rüstung ableveln. Wenn du als Blut kannst du doch move machen, das ist der nächste Evo, was da steht. Da musst du so viel damage machen, dann hast du die Schild. Okay. Ja, und dann musst du einfach eine kleine Schildzeile holen für die kleine Balken. Dann haben wir sie bekommen. Hi. Gegner gerichtet. Feuere. Haare mit Fuse. Zum einen. Auf dem steigen, da drüben. Schild auf der Stepside. Kontakt. Ja. Werfe bothensherr. Ich spreng den aus für den Mann, doch. Aber ich spreng den Engel. Okay. Ich komme an. Ich weiß immer was du mich sagst. Jupp. Kann ich jetzt auch den Portal benutzen oder nicht? Ja, ja. Dafür muss ich auch mal aufpassen. Normalerweise wollen sie nicht. Natürlich geht es. Weil es ist gut, wie es geht. Ich kann nur ein Portal, sondern einfach ein Pampa raus. Weil ich dann... Ja, ich komme nach. Ich werde fiss. Aufpassen. Wir können auch nie Vaktoren holen. Okay. Ja, komm her. Weiter. Vielleicht passere Loot. Ja, her hoch. Gehen wir da rüber? Nee. Ja. Ja, sie kölen. Komm her, Snoop. Ja, schon eine Früchte. Gehen wir. Sie hochgefahren. Gut. Ja, du mal ein bisschen Zeit. Mal remove'n, halt. Stufe 3. Oh, ich komme jetzt hier schon. Ja, die Werte noch kommen. Ich habe es nur gepackt. Ja. Na, die Uhr Party. Ja. Oh, ein anderer Team. Gegner gesichtet. Ich feuere. Oh, ah, ah. Gegner. Da drüben. Na, warte mal von den Höhlen, die du fokussieren. Ja. Also, es ging mal von denen den Hana da ist genutzt. Ich schau mir jetzt noch vier Kampel. Ich komm nur. Achtung, Achtung! Liegt nur noch Carepaket aus? Carepaket ist unterwegs. Care-Schweckbereiter eliminiert. Er lebtemptor jetzt Launch. Na Solo. Den Hai. Lawtown Solo. ulti vom laton pferde in anderen anderen lade schilder auf ah fuck okay jetzt haben wir schon finisher von mir also dafür er und er sich zu leben um decision oh 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 Ich schweige doch mal 30 kurz. Ja. Ich bin so verzerrt. Man, die gehe ich doch noch, ey. Was? Ey. Mhm. Na, du feiern können sich schon nur in den Störer abzugehen. Was machst du am Anfang auf jeden Fall auf Twitch? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nein. Also noch nicht die VIP-Dengen. Du brauchst drei Leute am Durchschnitt. Zuschauer. Ich komme mal hin. Das geht. Ja. Ja. Und das andere, das ist auch noch ein VIP-Status, oder wie ich das? Ich finde, wir können nicht, was das bringt. Wenn andere Leute einfach VIP-Status gehen, dann holen sie mich erst an dem Shop. Ah, okay. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ich meine, es ist ja nur bei Pascal, es ist ja nur VIP. Ich meine, es ist ja nur bei Pascal, es ist ja nur VIP. Ja. Ich meine, bei mir, es ist mein ganzes Freund, den VIP. Ich bin bei mir, es ist ja einer der da mit wem. Das, ich weiß nicht. Danke. Richtig. Ich bin bei mir, es ist ja nicht. Was ist die Moderator überhaupt genau, also was ist das Team der Rolle? Die können viele Sachen machen, die können auch Leute bannen und so. Ja, die Timeouts hat zu bannen, er kann den Titel von dem Stream ändern, kann das Spiel ändern, wenn es der Fries ist. Ah. Er kann so nicht wieder bei schaffen. Na, ich probiere ja ganz an den Hena. Ja, ok. Es geht neben Schai eine Zippe. Die werden schnell looten und dann gehen wir direkt nur hier zwei da. Weil hier jetzt auch eine Zippe. Oder wir wollen die Baller. Wenn es zu langer, probiere ich zu sliden, ja. Ich habe schon mal nie Wacktower. Dann soll ich direkt mitgehen. Weil dann da mitziehen, äh, feinstes Dorf rein. Ok. Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich habe ein paar Materialien. Ein weiter Weg zum Ring. Ah ja. Wir sind noch da am Schild. Du für sie. Go. Eine Minute, dann schließt sich der Ring. Fünfundvierzig Sekunden und der Ring ist nicht in der Nähe. Und wir könnten auch schnell kraften gehen. Die Rucksack müsste raussehen, oder? Ja. Fälle gerade etwas her. Sekunde noch. Sekunde noch. F JAMES Was ist hier Schild? F�f hier schild? Wir sind noch. F�f hier noch. Der Diener rüber fahrt die ? Es gibt einen neuen Killspitzreiter und ich bin Schnellen. wir sind alle außerhalb des rings wenn ihr tot seid könnt ihr niemanden weg es gibt einen neuen kilspitzleiter und schmiede fliegt ok mhm, kriegst du einen, also lehnt den autohelme, kriegst du, komm ich geh längs jup heißt noch, rucksack willst du ja, rucksack ist cool ok da drüben ist ein Care-Paket da drüben ist ein Care-Paket da drüben ist ein Care-Paket hier ist ein erweitertes Schweres Magazin ja, ich hab hier ein Evo Schild ich hab hier ein Evo Schild Lave 2 ja, das könnt ihr mir auch bestimmt zuhören Heinz, du kränisch, äh, guckeleit mir nur ja mir die gerne du gewisse, wie wir unsere GF nur gucken ja weil du es, äh, es geht abgedeilt, ja du hast, äh, du hast, äh, live-clicker jetzt sind die, wo nur kurz herkommen und auch direkt gehen dann bist, ähm, äh, viewers und dann bist du, äh, den durchschnittlichen, äh, viewers-gehalt okay die Hälfte des Korts ist schon erledigt ein Jammer ja, du musst, äh, ich meine, dass ein GF-Stunden da sind ach, ein GF-Stunden, okay ja, wenn wir rein zu gucken, dann haben wir welche Kollegen, aber nur und der geht dann nicht durch gewesen ja, und du musst hier, äh, mach mehr GF-Stunden dass wir einfach schütteln der Stream nie vorbei nach oben erzählen, dem Moment hmmm, okay du musst hier, äh, fünf, sechs Tabs obwohl einfach der Stream von einem anderen noch läuft und du musst noch aufpassen, Mensch, dass du nicht gemütet ist, oder wie ihr seid? ne, das, äh, das ist egal auch wenn du gemütet hast, gezählt? ja, du musst nicht mal, äh oder geht's just, du, wenn dann die Hauptside-Obers mehr, äh, mehr und nicht einfach als Tab-Up just am Tab, da ist ein Channel, der Kanal ja ah, das geht, du das geht, ja also, dass der Stream lebt, ja genau ja, 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 okay hm, okay ah, da soll ich mich schlau gehen ah, ha das ist nicht gedreht 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 ja, mach ich auch ab hier ja, weil du kannst den den anderen pushen okay, cool genau uh, hier können wir ein Third-Party probieren da drüben wuhu okay, Leute, ich mach aber ein paar Arten wir müssen wieder arbeiten du weißt ja, Arbeit macht Spaß und tschüss, Thiele ja, du hast sowieso noch zwei Steck uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich muss in sechs stunden schon wieder aufstehen das ist so ungewöhnlich das ist zwei, Flo eine halbe, eine halbe, eine halbe ein paar ich muss alles schaffen nein, ich bin nicht bereit ich bin nicht bereit ah, top du kannst da auch bereit ja, mach ich, ich kann ja nur die alle sehen du hast schon ein rendezvous beim Doktor geholt ja viel spaß nach, muss ich nicht rechnen wie immer mach, 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 mach Mika sollte sich endlich mal rum trauen nach ihnen zu kommen sie hält frei okay, noch bis hin ja, alle, ciao, ciao wieso teilst du verstehen nicht, weil ... ... ... ich hab auch reinkertet für halt den vip-status zu kreieren oder können sie vergehen 35 aktive ... 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 ist er und erinnert oi 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 weißt du gut, wenn du 50 Follower hast, dann hörst du schon, weißt du, das schlimmste das mal nicht das schwerste Follower sind nach der aller einfachste ja, für die drei Zuschauer zu bekommen, wenn du den Durchschnitt hast, wenn du Streams per Jahr sind, dass kein du warst genau, es geht auf den Statistik von der letzten dritte Stich, auf den Stunden geguckt es bedeutet, wenn du 18 Stunden, nur es geht auf den 18 Stunden geguckt, wie viele Leute waren du aktiv bei dir ja, wenn du Streams von Diana schlafen oder so das ist zum Beispiel nicht gut, du musst wirklich gucken, Stoßzeiten dafür ist ja an der Statistik von egal wer im Spiel des Streams Stoßzeiten ungewissen ok und du sollst gucken, an den Zeiten dann der spielste Streamer, wenn du das Spiel willst spielen ok, aber da muss ich dann mal gucken, du siehst am Spiel, findest du den Tisch, du klickst das Spiel und ähm, ein Ding, ähm, Lu, zum Beispiel, Hanno, wenn du dein Stream fertig bist, gehst du bei ähm, Analysen und du wirst dann äh, äh, dein Spiel, was du gestreamt hast, du gehst dann genau Statistiken gewisse, wie du die Stoßzeiten sind und wenn du dich und wenn du stimmst hm oh, frag, ok ja, bis das immer allein halt ein Community, Community abgebaut wird das kann von allein, ähm, die Probleme zum Beispiel, ähm, wir hohen Leute bei euch an, als ein Grupp, wo einfach viel zu viel Drop Herren für ihr Community zu kriegen, die kämpfen richtig dran und, ähm, das ist falsch, du musst wirklich, ich könnt von allein und, wie du auch tängst, äh, äh, Bosse an den Streamern, du musst keine gute Spieler sein, du musst einfach nur streamen du musst einfach Leute fanden, wo du dich gerne und fertig hm, du musst einfach, du musst mit den Animationen erheben, ja voilà ja ja und du musst, du kein, du musst dann zu körperchen, weil es du meinst, du startest den so gut ne, das ist halt für den alten Voice, wie du bist mhm und du sind alle Leute, die schwarzen Null an hier, die Streams an, und, äh, gefölten Stream ja, also, du hast eine Sache gesehen, wuschst mal denken wie kriegen die das hin bei diesem Gebiet hab ich ein gutes Gefühl gut, so, an der ich, was keinem spielen schwarzen, sondern, ich habe auch nicht wirklich viel an den Streamern, ne wo der Teer ist, ja Zeit für ein Gemetzel Ich werde es probieren. Ich finde es zu blöd, wenn du in den Augen guckst oder so und du spielst dumm einfach nur das Spiel. Also du wirst lachen, ich gucke gerne Streams, wo einfach nur ein Spiel gespielt wird. Es gibt verschiedene Leute, die einfach mal zu nervig sind von so andauernd Brötchen. Die Spiele, die ich einfach will das Spiel genießen. Schon damals auf YouTube habe ich meistens die Work-Rounds geil gefunden, wo einfach ruhig waren, wo ich einfach das Spiel genießen kann. Ja okay, das wirst du sehen. Du hast für alle Kategorie Leute, also was du in den Post für Sturm aus am Stream, du wirst schon wissen, was Leute von denen das geil finden. Okay. Ich finde es gut, weil die Valor sonst ist. Wenn ich in der Hallung wollte, dann bin ich wirklich zum Streamer geguckt wie Gronkh. Gronkh war auch kein Streamer, der gut spielt, aber in der Halle vielleicht. Mhm. Okay. Okay. Allerdings ich glaube wir sind ein mega Small-Talker, also sobald irgendein mir und ich Polar schreibe, dann kann ich nur drüber named Schatz schweifen. schade bei einem beta-spiel war so ein frau von zwei zu schüren vor meinem stream kommers er wollte einfach nur small talker einfach nur small talker und schütte uns eine gute stunde mit dem nur small talker vor am stream haben herrn und nach und folgt das leid die oft nehmen und trinkt kommt hier bis zum motto leute schwarze viel Wir müssen uns jetzt verbringen mit denen. Und es braucht halt eben mega viel Zeit. Und du wirst einfach Leute, die nicht verstehen, dass der immense Zeit braucht, für das der mal Leute aufbaut. Ja. Das geschieht halt auch nicht für einen Hardware. Nee, und dass zum Beispiel Marcel hier ist mega fein an alles. Aber hier probiert auch Krampf zu packen. Hier spielt auch Spieler, die ihm nicht gefallen. Weil er meint, dass du gerade ihn und Schmuslo das spürt, für die Leute auch gerne. Ja, gut. Du sollst, ich sage, ein bisschen nicht falsch ausstellen. Weil, keine Ahnung. Unser Spiel soll Spaß machen. Und ich will nicht irgendwie zwingen. oder. Okay. Okay. Ich werde mich einfach verfallen, weil der Stier wird nicht mehr an dem Spiel. Ah. Aber ich spiele einfach genauso Retro-Spieler. Ich habe noch nicht genug den selten Oracle of Age. Ob der Switch-Rim zu spielen ist wie man nicht. Okay. Ja, es ist scheiss egal ob es an der Reach liegt oder ob es die Leute interessiert oder nicht. Das wird mich auch interessiert. Ich mache auch ohne Ziele. Ich mache da einfach nicht mehr viel Spaß an. Ich habe schon mein Status erreicht. Ohne Leute, ob es wirklich zu hustlen ist. Was hat passiert? Wir sind all der froh, wenn ich gesehen habe, dass ich ein Pulsant gewonnen habe. Maja. Ich habe noch zwei Wochen in den Affiliator. Oh Gott, lass dich ändern. Ich habe noch mit meinem Konto knapp bei 1 Euro auf der Fall. Ich habe noch einen schönen Sinn. Das ist mein Lieblingspfiff. Ich habe noch einen schönen Sinn. Ich habe noch einen schönen Sinn. Die Einzelne ist legal, die Sache wie Holtzow von G-Drain Jonas. Das war über Gotthalt schmerzend blödsinn, wenn ich weiß. sowas denkstens net wieso ist so in suor das wenig animation dran ist das ist noch nicht mehr schätze die ganze blöde Oh, mal los, mal los. Ja. Oh, holt's halt mich hervor. Ich hab das nicht. Ich will leider keine Porte. Nein. Fuck. Ach meine Glüte! Momentan habe ich einen Zuschauer-Durchschnitt von 51. Ja, Respekt. Da drüben ist ein Care-Paket. Oh, ich war schon. Befürchtet, du stehst, du brauchst immer einen Fokus, wo ich die dränge. Ich habe schon eine dreckige Chance, dass du nicht eine Pistole da bist. Das ist so gut. Oh, nein, du hast geflogen. Das ist so geil. Achtung, der Paket kommt. Sie haben nicht gesichtet. Stehe, unser Pistole getroffen. Gut. Deine Holger. Was ist es? Das ist so Said. Hallo? So? Niemand Oh, keine Ahnung Wurf gesteht Mhm Fumisch werde ich auch sehen Ich muss eine kleine Analyse vom System machen, wo ein Tom genau erzählt, was geschieht, eh, den Aufstürz geschieht Ja, ihr sollt, äh, Memory Management Bist du auch, äh, die Grafik hat doch, äh, übertakt Aber auch nicht viel Ich kenne sämtliche Wege, sie führen alle zum selben Ort Äh, na gut, ich, von der Grafikskarte hat's nicht geändert, oder? Okay Auch nicht um Voltage oder, ähm, um Viraum Ne, aus dem Allestock Äh Und so ist ihm alles stock, wie es war Ich darf vorstellen, euer Champion Weil gestern schon die ganze Zeit gespielt, dann darf er nicht Und so ist er nicht Komischer, fair Macht euch bereit! Oder geht unten, geht nach dem Haus und geht nach unten. Nein, nein, das hat nicht. Alles kann ich ein Update machen oder so, wo ich neu starten muss. Und dann gehen wir... ... und dann gehen wir... ... und dann ausgeht, aber dann nicht neu starten. Und dann muss ich selber neu starten. Okay. Das ist so ein... ... ich will natürlich booten. Aber sobald ich den Knopf tricke, dann boot ich ganz normal. Ja, doch komisch. Wir sind... ... nervteleum. Eine Minute haben wir noch. Veranstalten wir ein Massaker. Ich habe ein paar Materialien gefunden. Ich habe ein paar Materialien gefunden. Ich habe ein paar Materialien gefunden. Das Ding ist in der Nähe. 45 Sekunden. Ich habe ein paar Materialien gefunden. Ich habe ein paar Materialien. Ich habe ein paar Materialien. Offensichtlich gibt's verdrückende gute Mäuse. Es gibt den unterwegs. Killspitz nicht. Bogenstern unterwegs. Eröffne Feuer! Es gibt einen neuen Killspitz-Reiter. Und ich bin es nicht. Was war im Stress? Wir müssen sie nachher sehen. Scheren, Elaffen. Scheren, die sind direkt vorhanden. Scheren, die sind in den Weg. Scheren, die sind in den Weg. Scheren, die sind in den Weg. Oh, Fuse ist echt schlau. Und das können wir pushen. Boah, Bang, alle auch wirklich schlau. Ah, scheiße, wo ist den anderen? Das ist gut. Ah. Gesamter Squad am Boden. Lade meine Schilder auf. Ich will mal einfach ohne OBS. Gucken wir mal so. Also ich habe schon gesagt, dass es Prioritäten auf das Spiel setzt. Lichtungen. Ich meine, bei mir ist es schön. Ich meine, das Team ist eine Priorität bei mir. Ja. Weil nämlich, ähm, du für zum Beispiel von den Spielen, ähm, mein Stream ist immer so mega verpixelt. Er lebt euch ganz normal. Okay. Wenn das Lichtungen mehr auf das Spiel passiert, dann setzt dann alte Reinhardt ruf auf, aber das ist ein Stream selber. Ja, dann sollte ich so, ich finde der Lichtungen hier, also nütz, also, Lichtungen nicht an sich genug. Ja, eigentlich, ähm, wie viel, ähm, ist da dran? Was ist da? Wie viel? Wie viel Raum willst du an dem PC tun? Äh, 32 GB. Okay. Und 7200 MHz. Ja, wie zeige ich mich wie genug sind. Äh, DDR4 oder DDR5? 5. Okay. Ja, schon 5.0 sind 800 MHz. DDR5. Ja, nehm. Folge dem Tunnel! Ähm, 40 GB, aber. Ja, mein Malen hätte ich halt mehr an, äh, ich bin nicht genutzt. Boah, ich spreche aber, wenn's die Kugel. Nichts gesagt, okay, da brauche ich doch nicht. So mega hart zu upgraden. Ja, ich habe hier eine Anpassung. Nein, ich habe hier eine Anpassung. Ich habe hier eine Anpassung. Schädelspalter. Das ist gemein, ganz schnell heran. Und in dieser Ecke, mit einem Beweicht von... ...Gesicht, die Eintracht... ...Name, die Eintrachtung. Äh? Schon rum, oder? Er hat auch schon... Ähm, okay, zuhören. Hier ist eine R301 bestätig. Äh, schon ein Pfund, klar. Neuer Kill-Spitzenreiter. Vorsicht! Es gibt einen neuen Kill-Spitzenreiter und ich bin's nichts. Ich heile mich selbst. Ich heile mich selbst. Und... ...2... ...Stirke mit dem Dauern. Der nächste Ring ist weit weg. Erste, vierte Follow. Oh, Scheren. Schrebsort. Der Applikator ist unterwegs. Der Applikator ist unterwegs. Bei mir ge... Bei mir geht's ja nicht du gewesen, am Discord hast du Streams. Meist wie im Lift zwar. Hm. Der Ring schließt sich in einer Minute. Wir sind nicht in der Nähe. Der Ring. Neuer Kill-Spitzenreiter bestimmt. Neuer Kill-Spitzenreiter. Du bist der nächste auf meiner Liste. Weit entfernter Ring. Noch 45. Wir sind in der Nähe des Ring. Noch 30 Sekunden. Ja, das ist nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich stehe unter Beschoss'n. Beschoss'. Ich stehe unter Beschoss'n. Werde beschossen. Scheiße. Sie möge los für dich in einen neuen Kammer, der Stiefer ist. Sie haben nichts für einen Diamant. Sie haben nichts für eine Maschine gemacht, wo es nur über Programmierungen streit. Das ist euer Champion. Was wollt ihr nach dem Spiel essen, Leute? Sagen wir, hm, 60 Stades? Ich bin der Jumpmaster, ich kann das Blut schon nicht. Wie geht's deiner Mann? Ja, guck, los, streamen in den Schnitt und alles lebt. Ja, dann fährt ein OBS zu viel Ressourcen in Wesson. Da musst du mal gucken. Ich versuche mal London. Komm, wir gehen Kuppel, danke. Kuppel, umso ich bin Lieblingsplatz. Ich gehe noch immer, man käme mit der Einer. Oh, du. Das ist ja 40. Ja. Hängen wir sind alleine. Ja. Du seid so nahe. Alles klar. Ist auch Plan oder so? Plan-Partys. joh, lanorama und so ein weiter Weg zum Ring hm, hallo? Du bist in Deutschland, Phil aber letztendlich möchte, ähm, WeLion organisiert Landpartien, zum Beispiel ja, ja, das wäre schlimm Weil alls war Teil von Ogre4Gaming, das ist keine Mischung, äh Gut, ist schon noch schon, ähm, weil, ja, zehn Jahre, wo ich Gaming-Events mitmachen Nao? Okay Waffen, zum Beispiel Äh, angefangenen Demos bei WeLive Games wo immer, immer dick viele Gaming-Events gemacht von Smash-Turnieren, Fifa-Turnieren, Call of Duty-Turnieren oder Release, ähm, Starts gemacht, äh, wo dann, äh, Bias Content und dann über die Wente schon spielt den 2D schon vieles, äh, und so kann Das ist meine Begründnis Sehr cool Äh, zum Beispiel, ähm, für, äh, äh, Demo ist wohl, die Dinge rauskommen aus, äh, GTA, äh, äh, für ein, äh, Fahrt, äh, von, äh, GTA hat, äh, eventuell ein Belles ich will noch kommt ja dann zu können also die muss verrede ich schon offen die fan für die leute auf das konten spielt direkt Da außen ist ein Kerberkiss Also wie, ja, 4 verkabelt oder Kaff, ja Genau, und du hast dann komplett mit Musik äh, mit dann so laut Okay Na, hei, Schuss Nach Zeitaktivitäten Da drüben ist ein Kerberkiss Könntest du noch, ob die Land-Partys auch blöd so wirst? Äh, von nicht an ist äh, geplant das dann, ja Lechka zum Beispiel, äh vor der Land-Party genau den da, wo auch Gaming-Café war Ähm, die Leute vom Gaming-Café die, die, die kann ich halt wie lange, wie lange genannt und da sind die Schmiedtreiber hinten Hm, okay Ich verstehe Die Hälfte des Kotz ist Geschichte Ich bin auch nicht zufrieden Ich war an der Regel, ich hab immer geguckt dass in den Gaming-Spellend äh, dass sie nicht mit dem Event dass sie verkreizt, dass sie überall kamen Ja 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 Schmeng das Bis dahin Äh, Klaus Ok Den hab ich noch nicht gesehen sie konzentrieren sich zu viel ruf zu gucken ja zipp geholt sie sind aufgewollt die euro Du ja, hey! Einmal? Was ist doch das nicht der anderen? Okay, das ist doch. Die Bönen. Jupp. Lade Schilder auf. Ja, ja. Schilder sind schwach. Lade sie auf. Runde 2. Rente Ring Countdown. Schild. Werfe Bogen sterben. Ja, ich kriege so kommen ja. Ja, ich hoffe es. Sie schicken uns einen Replikator. Pai? Pai schießt den Pai. 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 Schau dir kurz an. Ja, nicht auf der anderen Seite. Äh, wir müssen hier getrackt gehen. Ich weiß nicht. Wieso denn das? Äh, Schau dir auf der anderen Seite. Ich will auf der anderen Seite zum Meer gehen. Okay. Und, ich finde irgendwas da. Aber gut, wir sind nicht gestorben. Er wäre nicht vorbei. Aber es gibt einen neuen Kinschreiter. Es gibt einen neuen Kinschreiter. Ja, ein Scheren. Ich bin nicht. Nein. Ah, ich schon verloren. Ich bin hier nicht so geschnipt. Ich bin hier auf und herein schon. Neeeeee, ich wollte mich auch auf. Ich bin schuld Nöte einfach keine Schild, mei Mal was Ja gut Wow, Sniper Keine Ahnung wo der Sniper geschossen wird Ja Wie an dem Haifal benutze ich ein Schussportal für mich schnell zu sehen Ok Weil ich mein Portal halt Ich kann mich schnell bewegen Ah, schon rum Da drüben ist ein Respawn Sender Da drüben ist ein Keppaket Exakt Obtas Ah Replikator ist unterwegs Replikator ist unterwegs. Also Replut schuld. Geil. Falls ihr euch fragt, dass Leben nahe den Tod aussieht, es gibt keines. Bei keinem brauchst du, ne? Auch doch, ein Pompkamm. Hey, ich geh da mit dem Flatline. Okay. Ich bin zwar nicht viel schwerer, muss ich nicht mehr dann höchstwählstabst. Wir müssen... Distanz. Ja, schön mal nehmen, ich lebe ein Pompkamm, hei. Oh Gott, der Schuld röst, ne? Zehn Sekunden, Ring ist nah. Hm, also ich geht mal nach Honnen durch. Ist noch für eine Zeitpunkt machbar Sinn. Ring ist nicht. Der Ring näher hat sich. Naja, er ist ein Kösch. Achtung, der Paket kommt. Aktiviere ein Hitzer-Schild. Aktiviere ein Hitzer-Schild. Hei, noch schwerer. Noch schwerer, schwerer. Aktiviere ein Hitzer-Schild. Ja, ich meine, wir sind Fakern. Jo. Hei, ich geh das, ich geh das. Weiß denn dann, wir gönnt's schon mal den. Ich hab hier ein Evo-Schild. Hier ist gleich der Munition. Hier ist... Äh... Ein. Stufe 3, Brülle 4, starte den Countdown. Ich bin nicht in der Nähe und wir haben noch eine Minute. Reicht die Zeit für ein bisschen Spaß. Da drüben ist dein Kapper. Bring es in der Nähe. 45 Sekunden. Wie soll man gewähren? Es sind noch 3 Teams. Also 2 Teams. Zug ist in... Oh, hei. Na, ich bin schnell. Du für 3. Naja. Nicht abgemacht. Ah, die sind hei. Da können wir nur direkt... Wahnsinn. 2 Heier, ne? Da ist... Ja, das läuft ok. Also noch Deals, Deals an der Zone. Achtung, der Ring bewegt sich. Da steht wie hier entlang. Wir haben nicht geschenkt. Wir haben unser Beschuss. Teuere! Ich muss meine Schilder aufladen. Nein. Oh, die gehen Nelsa halt. Ja, es war's. Ah, hi. Revenant. Klingeln. Klingeln, Gugeln, oder mit bloßen Händen. Es war klar, dass ich dich kriege. Ah, es ist ein Motorzeugkent. Wir haben nicht mit einer Besser. Es war klar, dass ich dich kriege. Oh, nice, good guy. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist disconnected. Ja, das hat keinen Sinn, weil er ist irgendwie hängen gebliefe bei 1,4. Ich lande in Riva Vash. Hallo? Ich bin hier noch Start, Hallo? Scheisse. Streamst du mal Dual-PCs? Hallo? Äh, ne. Scheisse. Ich bin letztlich komplett aufgeregt. Ja, weil Stream auch auch das. Was? Weil ich quasi dust mehr aus. Moment. Wie weit kommt es schon nicht an der Testmanagement? Schrift. Ja. Kommt das Management. Was soll denn? Fertig. 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 Okay. Fertig. 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 Ah, der Basterum. Ja, so. Na ja, das ist ein 3-0-Lehnteuer, alles. Oh, da haben wir Party hinterher. Ich werde beschossen und kurz nachladen. Laut halt noch. Ich habe einen Feind auf. Lade meine Schilder auf. Schuhe meine Schuhe und Schuhe hin. Lade nach. Ich habe keine schweren Munition mehr. Ich habe die Ammo. Ich habe ein paar Materialien. Heile mich. Bin trotzdem wachsam. Hier ist ein Aufdeck. Für Schachtschützen. Hier ist ein Aufdeck. Hier ist ein Aufdeck. Hier ist ein Aufdeck. Du für zwei. Ich habe hier einen Evakuierungsturm. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin, Stufe 1. Die Hälfte des Korts ist Geschichte. Ich bin auch nicht zufrieden. Ich denke, ich habe hier noch eine Sicherung. Gehen wir da rüber! Komm noch ein Trick. Ich stelle etwas her. Bin aber voll bei der Sache. Ja. Runde 2, starte Ring-Countdown. Wir sind im Ring, das heißt gleich. Ich denke Q, kannst du auch so hoch springen und sofort bewegen. Replikator ist unterwegs. Replikator ist unterwegs. Ah, ja, ok. Ja, ich weiß, was ich mache. Ja, der ist jetzt. Ja, ich weiß, was ich mache. Ja, ich weiß, was ich mache. Hier ist ein Aufsteck, zur Mitteldistanzen. Ich habe das Schuss nicht gut, was ich denke, Miko. Ja, du kreckel, du, du. Nicht aus der Ausfeld spiel, du. Ach, krass, dann. Geht ihr sie weiter? Geht ihr sie mal weiter? Kehrpaket wird ausgeliefert. Kehrpaket ist unterwegs. Da drüben ist ein Kehrpaket. Wir können den Tuch beispielen. Relativ müde, aber auch außerhalb. Er ist ein Blutschild. Hier ist ein erweitertes Leistungsmagazin. Du wirst weiter. Nix. Elf Squats. Ui, ui, ui. Da ist noch gut bei. Okay. Hi. 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 Nein, ist getroffen. Zu weit. Replicator ist unterwegs. Ich glaube, jetzt ist er schon getroffen. So, wie ist das? Das ist nach Leichtmuni da. Oioioi, was ist das tot? Ja, Alter. Neuer Killspitz. Hier ist leichte Munition. Ja. Baue einen Tunnel. Ich habe einen Platz. Oh, danke. Wir können nicht sprechen. Wir müssen den. Da drüben ist ein Care-Paket. Wir sind im Ring, das heißt gleich werden sie kommen. Ja, halt. Ich muss meine Schilder aufladen. Ich habe schon eine kleine Stuck schwäger. Ja, das ist nicht gewinnen. Wir sollten da drüben nachsehen. Dann noch ein. Ich muss nachladen. Hi. Nichts cracked. Lade nach. Wir pushen den. Ja. Oh, der fliegt mit mir. Ich muss meine Schilder aufladen. Eine Minute. Der Ring ist nicht weit weg. Ich bin hier. Wollen wir weg? Ich bin hier. Das ist mir leid. Lade nach. Auffassen. W Lynn, Besserung nach. Wer von denen geschossen? Doch! Ich wollte und blieb von ihnen leben. Kein Entkommen. Guck mal rum. Kann ich mir nicht von denen. Lade Schilder auf. Ich lade meine Schilder auf. Ich bring mich zusammen. Egal, aber das ist in den ersten Niedergang. So. Zehn Sekunden, Ring ist nah. Ich hab das Portal aufgestellt. Lade meine Schilder auf. Und ich warte mal für Logi, bis das sie... Wir sind im Ring. Das heißt, gleich werden sie kommen. Na, weinen. Na, jetzt muss ich ein Team. Ja. Na ja, das ist die Party. Ja, ich weiß nicht, was er träumt. Das ist doch kein Stürmer. Das ist so witzig. Ja. Ja. Jetzt haben wir eh gestören. Ja. Ich versuche mal den Team. Sechs Kills. Ja, top. Ja. Ja. Wir sind auf der anderen Seite. Ja. Ich versuche ein neues von der Seite zu kriegen. Hey, du kannst auf der Seite. Genau hier. Scheiße. Das ist eine Lifeline. Ja. Ich versuche das Lifeline zu fokussieren. Oh, nein. 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 Guck mal. Ja. Ich bin nur getroffen. Ich bin nur getroffen. Ich habe keine Schrotpatronen mehr. Let's do it. Verlena. Es ist schon gar kein Muni mehr. Scheiße, sie rufgefallen! Wer herumguckt? Ich brauche Schilde! Nein, er geht gewasst! Wah! Feiersehen! Ich brauche keine Leute zu tun! Wir schießen aufrecht! Dann muss ich boxen! Ich bin schon da geschossen! Machen Schilde! Die Hände, die Hände! Ein Hände, die Hände! Dein Squad ist durch die Hände! Lauf, ich schicke! Nein, ich schicke! Nein, ich schicke! Ah nein, die fremden! Ein Hände, ein Hände! Komm ruf, komm ruf! Ein Hände! Ah, kacke! Gut, gut, gut! Der andere ist 100er, 100er! Komm, komm, den hältst du! Nein! 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 Scheiße! Das war knapp! Ah, du hast gesehen, du hast rausgefallen, Scheiße! Ich konnte mich einfach nach retten, durch mein... in mein Q! Ah... Alter, war richtig... Richtig hot! Ja! Zum Glück konnte ich mich noch aus der Zone mit meiner Q retten, wo ich da an den Klach gefallen wäre! Wenn ich noch einen rausgeboxt geh hätte! Ja... Ja... Ich hab schnell Schild geschnappt! Ich glaube mal... Komm! Nein, geht! Oh ja! Mir kommt immer Mino! Ja! 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 Luba! Luba! Dass wir endlich mal ein bisschen Munizieren untersuchen wollen! Ja! 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 Da! Ist das ein Trio! Ah! Oh, gut... Trio... Ich hab schon gedacht, klar! Wie geht's Trio? Ah, das wir ein Spiel neu gestartet haben! Ja, ja. Egal, komm. Du geh. Okay, boy. Salut, Mathieu. Du sowas jetzt steuern, schlägt mir noch. So. Spielst du Ganshin Impact? Ja. Boah, schon ein bisschen geloppt, Loth. Ich muss unbedingt mal... jetzt... rum weiterspielen. Du hast schon nur durch deine Dinge gesehen. Weil das Spiel entdeutet ist mega intensiver, weil schon, ich mein, die... die lässt... drei, vier Main-Tune nicht besser geloppt. Das ging schnell. Ich denke, spielst du doch mal mehr für Charaktere. Mein... äh... Main-Team aus... Shugun-Welden, Ayato... äh... Sung Lim. Und als Healer spiel ich... äh... 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 Zayu. Gar nicht? Ah, ah ja. Nicht mehr weit bis zum Ring. T-minus 45 Sekunden. Was ich wirklich cool fand bei Ganshin Impact, dass in anderen halt kann an den Welt kommen... äh... und halt... äh... 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 Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Nein, nein. Weil schon nach... schon nach den ganzen Akt-Mattervüß muss ich fertig machen. Ja, ja. Ich muss alles nach durch sammeln, die ganze Scheiss sammeln. Äh, weil schon eigentlich alle gute Mengen sind auf 100%. Achtung! Lief so ein Verkehrpaket aus. Okay. Und äh... Nervt mich einfach, dass ich äh... äh... so lang gelobbt hin. Äh, wannste bei mich könnt, haja sie muuft, sollt. Ich pingel und nicht, wer sonst könntieren. Komm beide, steig. Hier ist dein Helm. Stufe 2. Blösch beide. Du? Nein. Okay. Hier ist ein Ebu-Shit. Stufe 3. Achtung! Er gibt einen neuen Kiel-Spitzenreiter. Uh, wir haben einen neuen Kiel-Spitzenreiter. Nee, was hat du denn da? Was? Hat das Ruf geglitscht? Nee, der darfst du auch hier ganz... im Geldschruck sein. Nee. Da hat der Ruf geglitscht. Ah, noch eine gute. Es ist ein Scharfsschützenschaft. Stufe 3. Oh, noch nie, Backpower. Spiel mal mit der Queen halt. Ja. Boot Alarm. Hickery in Position und Kampf bereit. Aufschritt bereit. Bitte bringen Sie Ihre Witzklatt hier knapptische und automatischen Wachen jetzt in eine aufrechte Position. Ich spiele mega gerne Gacha-Games. Es ist schon einfach zu viel Lockdown, den ich spiele. Ich bin ganz schön mein stärkster Charakter, äh, eigentlich mein stärkster Charakter aus, äh, Keqing. Schon durchaus auf C-Fail. C-Fail? Ja. Hattet die Augen offen. Hier war schon jemand. Ich hab nur... Du... Viertelash gespielt, wusste... Dreden, Shogun, Cruz und Jelen. Oh ja, dann... Und dann hattest du noch... Und dann hattest du noch... wo... Daya? Ich sprich... Ausschwatzen. Das Eis... Ja. Ähm... Amfung dem Dingensigen Schwester, dem Ayatürsigen Schwester. Ja. Und dann... Und dann, äh... Woher ist die Party? Ich kann mich noch probieren. Und ja... Weil mein Kombo manchmal als Waden... Jelen... Und dann hattest du Bennett als Healer, weil ich vorne hin halt eben den stärksten. Und das Spielprinzip halt. Am einfachsten. Oh, hi, Klaus. Und da, und da. Ja, wir sehen. Und dann... Und dann... Was ist der andere Charakter? Äh... Äh... Ah ja, äh... Wie ist das... Das Mädchen, das... Die Picken durch und rum sich mischt? Als Healer. Als Healer. Als Healer. Als Healer. Als Healer. Als Healer. Äh... 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 Ähm... Ähm... The Shogun Raiden sind jetzt halbunterpfungen. Ja. Obwohl hat sich auch Healer aus. Äh... Ja, keine Ahnung mehr. Oh, hi. Fein, direkt hier. Rass einen Bogenstern. Grenate raus. Puschen, ich warte Bäm. Okay. Okay. Ja, kuriert. Top. Hm? Was machen wir denn? Sie schicken uns ein Replikator. Nee. 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 Ja. Die Späte, ne? Ich hab mir das zu, Mensch. Lade Schild auf. Ah, hoi. Um Klängen den. Hier. Hier ist ein Feind. Wir hatten 3 Kills. Ja, hi, hi. Hier ist das Ziel. Ich hab einen feinlichen Schild geknackst. Fein am Boden. Stopp. Mäli, wir haben ihn. Mal sehen, was sie umstanden haben. Nee. Mach ich meinen Schub einfach. Ja. Ja. Sprung ist bereit. Jetzt wird eingekauft. Lade meine Schild auf. Ja. Boah, was geht denn? Du kommst entgehen. Fütter schnitt abfüllen. Was haben wir denn hier? Der Ring ist fein weg. 45 Sekunden. Formieren wir uns hier neu. Kommt schon. Gruppenkuschel. Da geh ich auch hin. Da geh ich auch hin. Sprungantrieb unterwegs. Okay, schon alles. Was? Ja, ich will hier stehen. Okay. Okay. Warnung. Ring aktuell in Bewegung. Merkwärtsspörner. Die Zeit ist um und wir sind nicht im Ring. Rotalarm. Beste in Position und bereit zum Angriff. Alle Systeme gesetzlich bereit. die Schild aufwärtsspörner bei den. Die Schild aufwärtsspörner gerät. Das ist auch nicht der Schild, der Schild... Ne! Dann hätte du nur Probleme in Level 3 kriegen. Wer tut die Jungs hier schuld? Wir haben schon andere Squads gesucht! Du wolltest nur die Schuld machen! Na, sie sind ein Vollplayer! Die brauchen nicht mehr! Gut, zunahe nach, wir müssen noch ein bisschen weg. Hier soll es viel move. So. Äh, heute packt ihn. Da drüben, was sie wohl entdeckt haben. Moment, heile mich. Oh, der Junge. Junge. Ich gehe auf gleich. Ja. Du hast doch mal die Fight. Ja. Wir können High-Honers im Stehen spielen. Ja. Ich hoffe, du hast es. Ja, du hast es. Na, ist ein Move gescht. Ah, komm, wir probieren. Hi. Jetzt. Ich bin Autorop. Scheiße. Ich bin bei dir. Hey, ihr werdet heute nicht mehr sterben. Lade meine Schilder auf. Sammeln wir uns. Hier. Moment, ich muss heilen. Borgi, dann raus. Stehe unter Beschuss. High-Welt-Player. Rot-Alarm. Alle Systeme in Kampfbereitschaft. Ich bin jetzt. Ich stehe unter Beschuss. Wir können da rüber fliegen. Ach, jetzt bitte ab. Ihr auf Flugbegleiter. Während wir uns in den sicheren Torschlüssel demonstrieren. Ich stehe mit mir. Ich stehe mit mir. Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder auf. Wir sind schon im nächsten Ring. Lade sie auf. Lade sie auf. Keine vernünftige Volk-Paket ist unterwegs. Ich liebe dich. Lade sie auf. Lade Schilder auf. Wir sollten mal den Lade auf. Sing. Benutz ein Medikitt. Oh nein. Ich brauche Gesundheit. Hier ist ein Medikitt. Du bist ja süß. Danke. Geduld. Meine ultimative Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nein. Erstmal sind wir eine Schlüssel. Und dann können wir nur noch warten. Bis die Zonen zu ziehen kommen und dann werden wir noch nicht bekommen. Da sind wir sicher, dass kein Hanna da ist. Ja, oder Migillo, weil sie feiert dann halt. Ja, komisch. Noch zwei Teams. Gülle Stängel. Ah, Mann. Na E-Squad. Ja. Wie soll das sehen? Ah, f***. Wieso ist denn eine Chance? Ich hab die eingefüllt. Na, hier war ein. Nein, hier war ein. Nein, hier war ein. Ah, die sind nur noch ein Bier. Oh, die muss bei uns. Oh, da tue ich nur hin. Oh, da tue ich nur hin. Da hat er sich in der Nähe. Oh, da hat er kommt. Da hat er sich in der Nähe. Oh, da hat er sich in der Nähe. Ah, f***. Ich bin hier. Dann flicken wir dich mal zusammen, was? Der Ring ist blau und wir haben noch ne Minute. Wir haben gerade den Killsrittenreiter angepasst. Wir haben einen Stopp. Was hat denn denn den Traber? Noch 45. Oh shit. Nice! GG! GG! Ah, ein guter Spiel. Jo. Reste match. Ja. Tudel, let's in. Geil. Geil. Okay. Das ist gut. Und so, wenn du mal ein Pokos bist, kannst du gerne nachher kommen. Ja, gucken, ob ich schnell bis hin oder so. Easy. Ja, aber fahre wie cool heute. Ja, wird Spaß gemacht. Ja, noch ein paar Postfreude, komm. Ja. Ja, das hat aber noch eine Bonne Chance. Ja, sowieso. Ich werde mal ein paar gucken, ob es jetzt Statistik überhaupt gibt.